ja hallo meine damen ja es ist ja wie in den alten zeiten es wird auch mal wieder zeit der onkel shape ist da als wäre man in keine ahnung zurück in die zukunft ja genau 1980 ich wollte gerade noch meinen als hätte man noch panini bilder aufgeklebt und titten das thema hatten wir ja eben das war sehr wichtig vor allem nicht so viel wie ihr heutzutage wenn ich das so dankbar ich bin wieso immer das arschloch im let's play ja und wir spielen heute paladins ja das war mein argument das war im moment das einzige spiel was wir gemeinsam drauf hatten ja also und jetzt war mal hier ein bisschen war mal taktik ja also ja ihr kennt mich als taktiker genau die letzten male haben wir ja einfach mal so gerockt so was nimmt der hazard ist das ist das ist das ist stretch das ist ein sehr guter ich würde das jetzt gern betiteln aber ich kann es nicht okay der ist schaden was hat der hut auch das ist kann ich auch scheiße hallo hat was aktiviert soll ich das auch machen wir machen doch habe ich glaube ich was was ist mit ein komischer held was hat mir für haare ich will da ein bisschen aus wenn wir nämlich in flanke wie nehmen wir als flanke danke oder tank tank kann man jetzt schon taktisch an also das was mir total neu ist ja ich probiere einfach mal was passiert aber ich bin wenn wir alle auf schaden gehen ist das meistens immer so der fehler das ist ja schon der fehler wenn ich mitspiele gibt es da ein lilla booty bei mir ein lilla das war das das hannibal leckte der arsch finde ich cool das hat gut eigentlich genommen ich habe es vergessen viktor a viktor sehr schön ja doch ja ich habe mich ja kokain kokain um kokain um auch viktor ich weiß nicht also red heat geiler soundtrack und gar nicht vergessen dein typ ist ein wenig an also dein bildchen an dungar angelegt ganz ganz kleines bisschen an du das ist so ein schweres ding habe ich da gekriegt das war irgendwann habe ich das kleine loot boxen geräumt ja und dann habe ich die ganze rüstung habe ich damit versehen also ja ansonsten oder was ist da los da ist einer season 10 sehr schön sehr schön ja ich bin ich bin level null ja ich bin level 13 und ich bin wahrscheinlich viel weniger als ihr mit level 8 null nur level 8 ja schade gut eigentlich aber ich mehr erwartet die gegner haben auch zwei nuller echt sind auch ein paar sozusagen nullen dabei oh mein gott stimmt das war das spiel ohne widescreen support aber ich will jetzt gar nicht mehr kann und vielleicht haben sie es jetzt schon weiß ich nicht ja sonst hätte er gesagt also sonst wäre ja sonst hätte er gar nichts gesagt ich kann reiten wie kann ich aufhören zu reiten hör auf zu reiten das macht das macht er aber gar nicht er reitet das ist ja irre kann ich auch reiten moment ich habe schiff gedrückt und jetzt bin ich auf dem pferd ja ich auch jetzt habe ich den sperr gebummst warte mal äh nee ich glaube wenn du schieb eh schieb komm auch nicht runter wir reiten doch jetzt auch gleich ach so ja wir reiten gleich ja eben ne außer ich ach so doch ich kann reiten so capture müssen wir diesen äh da vorne ja ähm taktisch spielen sagt der mann ohne taktik aber wenn du schießt dann gehst du raus dann bist du wieder sehr schön sehr schön so oh 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 fürstenblut ja ich hab's gesehen sehr geil das gefällt doch mir mal das riecht nach mumus an und auch nein der augenstabys gekillt heilige mama ich will ich will nein das darfst du nicht machen oder doch war das seh ich das also ich bin auch tot und bist du noch da ist auf mich geschossen was die ist ja squishy ist die explodiert mir schneller wie meine sperma aber es war schon zu spät ja es war schon zu spät will ich es nicht bringen dann bringst du hässler ja die sperma spinns oh oh yeah baby oh ja wir haben das team verloren was ne aus ach komm bitte ich bin hässler ich bin unter dir ich geh jetzt rein ja komm da bist du unter mir das finde ich natürlich immer geil so jetzt rein an den wagen an den geilen wagen da hinten jetzt riecht es aber nach der bären muh scheiße ich bin auch am welchen das sind böse buben der böse der böse der böse ja von rechts links ja ich hab's gesehen oder keine ahnung was die nette dame da war aber das wort bittchen im mund die machen uns hier kaputt ohne scheiß also das letzte mal als wir das gespielt haben waren die übelsten götter so freundlich wobei ich sagen muss also ich nehme nicht gern stand ja ich sage nicht weiter ich habe ein paar umgebracht das wollte ich sagen jetzt gerade aber der wagen kommt mir kann man hier noch ein charakter wechseln live nicht nur in der ersten runde ja so das ist ja das hier das show wegen ja die wir machen jetzt alle fertig hier mensch er leckt mich einer jetzt sind sie drin ja jetzt sind sie drin die eindeutig kein charakter mit dem ich hätte anfangen sollen auch weil der charakter damit habe jetzt gerade nichts gerissen verdammt ja ich nein jetzt ist es auch noch fehlgeschlagen so eine scheiße aber das ärgert mich hat er hat ja und noch also der ist erst auf jeder kann ich irgendwo nachlesen was ist was war der kopf aber eben was nicht jodd jodd ist wechseln scheiße tschuldigung ich bin das inventar das kauft automatisch armbrust giftbolzen kann ich auch nicht gut das ist gut das ist gut verborgen tanne dich okay ich kann mich komme ich kann mich wo bist du bist weg so capturen oder ist unsere aufgabe links unten ran ich gehe mir unten durch ja also dann gehe ich auch und durch moment ja ich bin ich bin hinter dir jetzt würde ich auch mal taktisch spielen hätte mein und online abkommt das mache ich jetzt auch aber ich habe einen gekillt das ist ja das ist immer ja hatte ich auch gedacht aber nein niemand ist umgestürzt ja kommen und ist und ist direkt in der mitte ich habe es gesehen und ist weg ja ich komme jetzt noch mal um durch versuchen entweder oben oder also nicht nicht den haupteingang weil da habe ich scheiße gebaut ich bin schon halb tot hier wobei die map ist jetzt auch nicht so ich komme mal jetzt oben rechts das ist doch nicht normal doch ist normal also mein charakter ist definitiv nicht okay also für mich aktuell mal so gar nicht bis zu also die bringen es hier wirklich an hey wo ist mein controller hallo ich habe ein paar weggefickt aber ja aber nicht oder wie oder mit bomben aber jetzt habe ich den pfeil falls geworfen falls alles ja aber das ist so dumm jetzt gerade aber wieder aktiviert das gibt es jetzt wir konnten kurz aufwahl ich habe schon oben schipp sehr schön sehr schön sehr schön ja 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 wundervoll jetzt kommt jetzt ist es jetzt 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 kaputt was euch kaputt macht nein das war man strike die dumme sau scheiß airstrike holy fuck shit das war gemein wieso macht er so was vielleicht können wir es noch aufhalten das ist das kimmelwunder hier das ist der klassiker hier kommt so so waren wir nicht nee das waren wir nicht wir waren das nicht ja genau das thema mit james camerons brechtdurchfall also im prinzip diese runde war wie der trailer vom neuner film so richtig an die wand geschissen ja und dann auch noch für gut empfunden von james cameron halt und geschäbt john hood und es hat geil nein schluss weggeschossen ist ohne mais ich krieg ich krieg es best ich mach mal gerne research also machen wir ja ja also kommt die nächste runde kann ja nur betta werden definitiv ich gucke mal irgendwelche helden an wer mit wen ich habe doch jetzt mal irgendwas gespielt das hat funktioniert also ongleshape wen spielst du denn gerne so rein waffentechnisch ich bin da recht offen also ich mag eigentlich schon fernwaffen ja fernwaffen nicht schon mal gespielt nee ansonsten wenn du auf geile schnelle waffen stehst ohne einen granatwerfer benutzt ist teile auch nicht schlecht ist die macht gern gut schnell schaden wir haben schon ein heel es hat nimmt noch mal schaden was hinterhut ich bin jetzt kann ich ob ich will hier nehmen wie will ich so zu eine mischung aus fern und nah also aber gut so kann ich eigentlich nicht schlecht ich glaube den lex hatte ich schon mal gespielt alex ist das macht gut ja der macht auch gut hier dampf ich auch sehr schnell ja 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 dann ich nehme noch mal ja ja genau ich sag ja auch den nämlich an der map aber ist gut wir haben tank wir haben hier wir haben mich als dd und wir haben zwei normale schaden leute das ist doch eigentlich gut mehr aufteilung den erstellen es ist gewinne aufteilung sieht man aber bei den anderen die anderen wichtig die haben zwei squishy also 22 wie mich zwei dds das heißt die können die haben zwei die ordentlich schaden drücken aber halt wenn man die einmal an pustet fallen sie um so wie mein charakter in dem fall gut die machen das erste weg das ist was ist das jetzt wenn ich versuche es auch hat ist ja dann neu dabei der keto oder wie keto diet nein ach der ganz recht ist ja wie heißt er noch mal bin ich dumm im rot in rot als menin designer muss man aufpassen aber der hat hat diese zwei uc das ist ja da kann fies werden also das ist lasse ich mir nicht ins arschloch was ist das ein schaden oder eher auch nicht schneller ich würde mal sagen ninja typus der auch gut mit den wachen umgehen kann mit seinen doppelwaffen das ist er ist manchmal nervig ja ich habe nur ein großkaliber damit kann ich auch umgehen ach so das war ja ja bitte ja unser klassiker liebe damen und herren da draußen solange ich noch reden kann sage ich es schaut euch an unsere trashperlen sie wurden ja auch mit herzblut und saufel gemacht viel bier doch mein gott warum zündet das bier jetzt gerade so ein echt ja bei mir noch gar nichts null nada genau so viel getrunken wie du das stimmt auch jetzt geht es am wasser ich habe zwischendurch wasser getrunken ja das ist das wasser ja wisst du der flow da geht der flow weg da geht echter flow raus ja ja der flow uhrberg das ist da oben los eine alte oma ja da wird die musik gepflegt ja das geht ja grad so weiter wieder ja das ist ja so so ja kennet brandt ah greta sie war so ein guter hund junge also greta tunberg ja ja oh mein gott ja der klimamann ruft uns wieder zu zum gebet also ich bin tot was ist das ist dieser der ozzi ficker freund sie mann also jetzt schon wieder versage ich weil was neues ja aber wir spielen auch gegen sehr harte knospen würde ich mal sagen ich bin hinterm hesser ja komm lass uns was machen ja jetzt jetzt ja hier der typ der reich aufpassen rechts oh scheiße hat euch ja diese und das war so eine sky das was auch ein geschäft vorhin gespielt hat bloß von der bösen seite würde ich mal sagen es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt ich habe noch kein fucking kill was ich auch nicht ich glaube ich 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 verderbe hier die können nicht so gut sein die stude darf studenten sagen ich weiß es nicht dass man studenten sagen kann ja sein dass es schon wieder auto ist ja weil ich bin eher so für die innensachen ich denke nach man nicht mehr sagen dass man müsste gender neutrale me too menschen menschen ja ist gleich ich verplemmer mal kurz das geld von daddy nein das war ein scherz das war ein scherz mein gott im himmel sag mir nicht mal dreckige scherze machen jetzt habe ich ein pferd in den arsch geschossen ja ich glaube das war schöner als das was ich gesagt habe so tag ich lauf mal zu morgen schäpe einfach ja ich lauf euch auch hinterher aber ihr lauft ja nicht ihr galoppiert bislang achtung hier sind höchste blieben schon die kommen schon ja aha ja fick die henne ja was achso ja komm lass uns ein bisschen schaden auf kriegt aber irgendwas ne bombe wie auch immer ja ja ich sehe sie ich hab lang näse eis im arsch was ja ist drecka ist nussig wir haben uns alle drei guck mal da sind wir wieder getötet in einem stück wollte ich sagen gibt es nicht wahnsinn ich kann ja nicht so gut sein sieht nur so schlecht ne die sind einfach nur nuss hm champignon geschmack ja oh oh recht hinten bei mir irgendwas das gibt es doch nicht das ist doch unverschämt oh da ist meine ich finde es gut aua draufgegangen ja leckt mich doch einer am arsch ja ich wollte grad sagen jetzt kommt sie von hinten ja von hinten junges volk passt auf aber das ist doch wir haben doch zwei kill ja 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 jetzt langsam langsam funktioniert irgendwas mal ich hab ne lang ich hab ne langoste in meinem arsch gefunden gestern na weg ein langoste kann man doch sowas wie keine ahnung ich weiß ja auch nicht ich weiß nicht was das ist die sind da fotzen sagen ja wir sind ja offline das gibt ja explizit ah ja ja sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön ich hab da hab ich noch nicht mal eingekillt jawoll ja es ist onjet baut mal ne mauer sehr schön sehr schön die mauer muss weg jahahaha ich will kundensüchtige essen oh wir sind wirklich also gut statt das spiel mal neu weil irgendwas stimmt hier grad nicht, ne ne, ernsthaft, ich lach jetzt noch aber es ist nicht mehr zum lachen dann kann man ja nur nachher irgendwas, also wenn man kaum... aber es macht ja übel gut spaß, also mir macht sehr spaß, ja, also ich bin aber absolut dabei also ist wieder das neue wolfenstein mit diesen ganzen Punktezahlen sehr schön, sehr schön, hey die kommt ja nicht durch, ja was ist denn, wie geil ist denn, sehr schön, sehr schön Achtung, Achtung Achtung Jetzt, wo es da auf Geld gemacht hat, bin ich voll reingelaufen voll Laserflops Dreck, rotz da rein in die ganze Scheiße Da hinten bringen sie ihre Mütter zum Weinen Ja das bringt... ACHIE BOMBE 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 OOOH AAAAAA KICKEN KICKEN Ich bin auch tot So ne Scheiße. Wir haben sie echt gut aufgehalten. So, wieder alle drei. Das war aber ne schöne Niederlage. Das war ne schöne. Alle drei. Ja, die haben uns noch gut geholt. Ja, die mit ihren Riesenknottern. Was ist das für ein Onkelchap? Ja, ich seh es. Onkelchap spiele sieben. Ja, ich weiß über den. Guck, jetzt werden wir gekillt. Achtung. Glaub es nicht. Alle diese Miststück. Der Bürste hier. Super. Ah, wisst ihr, das ist echt grausam hier. Komm, die hat es aber in sich, finde ich. Ja, wir haben uns verbessert. Ja, finde ich aber auch. Definitiv. Ja, doch. Schlechter kann es nicht werden. Schlechter geht es auch gar nicht. Komm, aber gibt es ja auch andere Spiele? Ah, guck. Die, nee. Oh, was? Oh, Shape hat den Kanal verlassen. Dann bin ich jetzt auf dem falschen Burger gelandet. Was für ein Kanal? Ich weiß gar nicht, was ein Kanal ist. Nee, nee, es geht schon weiter, oder? Nee, es stand unten im Chat. Deshalb habe ich mich... Ich war nicht in welchem Kanal, meinst du? Ich war... Der stand da unten, hat den Kanal verlassen. Also jetzt weiß ich auch gar nicht. Ui. Nee, ich habe es... Ich habe es anal verlassen. Oh, Herr. Also nicht... Nie mehr Stinkegrube. Never, ever, 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 ever. Heidi Ho. Heidi Ho, jetzt aber aufs Klo. Danke. Was... Was nimmt der denn? Weiß ich auch nicht. Oh, die sieht aber scharf aus. Ich nehme... Ich nehme... Ich nehme den, der aussieht wie der andere von Overwatch. Ah, der Androxus. Sehr schön. Und was dann nimmt Huddle? Entweder nehme ich Tyra oder Knessar. Also Tyra... Nee, ich nehme Knessar. Ich nehme Knessar. Ah. Knessar habe ich unter... Eins der sniperhaftesten, äh... Legendären, ähm... Ja. Legendären, ähm... Aber ich glaube, Knessar warst du auch immer relativ... Sehr, sehr geil. Ja, eigentlich schon. Eigentlich ja. Also dann kannst du auch mal uns retten hier in der nächsten Runde. Julia. Ja. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. So. Aber das Bier blendet mich hier gerade ein bisschen. Wo der Hud wirklich genauso schnell und genauso viel gesoffen hat. Ja. Liegt am Wasser. Ja, beim Hud seiner Masse verteilt sich das besser. Massakraft. Das bin... Das, äh... So langsam baue ich hier, ähm... Also ich... Was? Brücken. Brücken? Ah, so baue Brücken. Nein, ähm... Ich kann... Ich hab ne Masse... Ja, ich kann... Ich bin nicht so ne... Ne Falle aus Ghostbusters. So ne Geisterfalle. Ich saug alles, wen sie hier in mich rein. Oh, Mann. Sehr schön, sehr schön. Aha. Das heißt, ich bin einfach nur so ein... Klops. Oder wie, äh... Was? Ja, so ein Klotz. So ein Klotzfett. Stimmt aber... Ne... Was? Was ich sagen kann bei mir... Ich bereite mich auf den nächsten, äh... Kung-Fu-Film von uns vor. Oh, aber mittlerweile seit dem letzten... Also seit dem, äh, äh, äh... Mighty Troopers, äh, sind das jetzt glaube ich bei elf Kilo weniger. What? Ach du Scheiße. Du kleines Skelett, du. Ja, was ist das? Ich hab immer noch einen Ranzen, aber ich bin trotzdem elf Kilo weniger. Aber der Bauch, äh, äh, geht ja, äh, ja... Zuletzt haut der ab. Dann hast du wahrscheinlich nur am Schwanz herum abgenommen. Kann das sein? Haha, ich frag ja nur. Naja, hast du lange noch Schleifspuren an der Spitze? Ah! Ah! Sehr schön. Sehr schön. Aber der Umfang kann natürlich ein Problem sein. Haha. So. Oh mein Gott. Da müssen wir uns ja beim nächsten Mal raussuchen, welche Knochen gebrochen sein dürfen. Würde ich mal sagen. Oder fragen. Haha. Ja, scheiße. Da muss ich aber auch mal, äh... Der Knotenbrecher. Ja. Dann müsste ich ja schon seit 30 Jahren, lieber Ruth. Aber nein. Ich lass mich dem Gruppenzwang nicht, äh, ja, so, äh, entblößend hinnehmen. Oh, Ongleshape, scheiße, wir sind angeschissen. Äh, ange... Ja. Danke, danke. Links von der Seite ist noch ein Robby hier und nochmal... Ja, ein Norweger! Äh! Er hat den Norweger angeschissen, den Ongleshape. Ach du, da kommt so ein, äh, Seidenstrap. Ja, so ein Seidenstrap. Ja, so ein Seidenstrap. Hinter uns, hinter uns! Hinter uns, hinter uns! Hinter uns? Oh! Oh! Ich hab ihn auch getötet! Ich auch, ja. Ah, du, Aua! Ich wollte ja sagen, wir versuchen ja auch das besser, so euren Schwächen rauszufiltern. Scherz! Ne, aber, ähm... Scheiße, der... Ich werd von hinten angefixt! Oh! Es war Kinesa, ihr Säue! Okay, okay. Ich weiß jetzt auch, was mein Held tut. Ich muss das immer lesen. Das ist mein großer Fehler. Ich geh einfach rein und baller rum wie ein Geisteskacke. Das ist auch eine meiner schönen Stärken, will ich hier auch noch sagen. Ja, wollte ich grad meinen. So, Doppelkill geht grad gut weiter. Ah, das gefällt mir. Dann muss ich bald weniger machen. Dann machen das alles meine Enkel. Äh, sozusagen. Ah! Ich bin schon tot! Oh! Ah, fuck it! Jetzt pass auf! Fuck it, fuck it, fuck it! Komm, aber jede Runde wird besser. Jede Runde wird besser. Ja, ja, ja. Ja, so langsam... Also, bei euch wird's besser, mir wird's noch schlechter. Aber, läuft. So viel hindert ihr, Hesad? Sehr schön! Dann siehst du auch, wie schlecht ich an den Wänden vorbeikomme. Oh Gott! Was ist da hinten los? Direkt von uns! Direkt von uns! Oh, Granada hinter dir! Granada, ja! Schon gesehen, die dumme Sau! Ah, die Sau! Nee! Ist weg! Kommt da was von hinten? Nee, 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 nee! Achtung! Dieser Seidenstrahl! Seidenstrahl an Guina! Äh, Strang! Was? Ah, fuck it! Wartung! Alle greifen! Oh, nee! Ja, warte, ich hab den, glaub ich! Ah! Der hat mich auch! Scheiße! Oh, oh, oh! Ist ja sehr eurotisch! Von hinten! Ah! Ah, ja, ja! Oh, jetzt ist der durch! Die dumme... Wichse! Der hat von hinten durchgeladen! Einfach nur... Einfach nur... Wichse! Scheiße, scheiße! Wo ist denn der? Ah! Ah! Ich lache zwar, aber ich bin voller Trauer! Irgendwie! Scheiße! Nochmal ran! So! Pöser Pube! Mama Suckele! Verdammtes Arschloch! Da ist der Wagen da vorne! Mir reicht's ja schon wieder! Ja, einer ist mal da vorne weg! Mit den Massen... Ja! Ihr wisst schon! Linke Seite geht was durch! Linke Seite! Ja, ja, ja! Komm, ich komm! Ja, ja, ja! Ich hab's... Ich versuch mich grad zu retten, aber es funktioniert weniger! Komm, komm, komm! Ich hab sie weg! Sehr schön! Ja, haben wir beide weg! Sehr geil! Mitte, rechts ist wieder Soldat! Ich bin scheiß tot! Sehr geil! Boah! Wie heißt diese komische Schurkin? Diese kleine Messer... Futter! Ähm... Ähm... Ich... Double Kill! Double Kill! Da heißt sie Moerza! Double Kill ist wundervoll! Wundervoll! Linke Seite... Mitte... Linke Seite Mitte! Warte, dann pass mal auf! Oh, jetzt kommt sie wieder! Jetzt kommt sie wieder! Ja, 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 ja! Ah, shit! Oh, shit! Ich zieh das Wägelchen zurück! Ja, ja! Sehr schön! Sehr schön! Da bin ich auch bei dir! Mitte links! Mitte links! Ja! Ja, dran! Wir sind dran! Ah! Rechts, 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 rechts! Ah! Boah! Granate, Granate! Ah! Was ist mein Computer ausgefallen? Du Spaghetti-Monster, du fettes Hood! Was denn? Ah, fuck it! Soldaten! Rechts sind zwei Stück! Ich komm! Ja, ja, ich hab ihn gesehen! Die dumme Saudi! Ja, ich hab einen davon! Ah! Scheiße! Der greift mich an! Ich konnte leider nichts machen! Ah doch! Ich konnte ihn umbringen! Ah! Den Roboter-Typ da! Der, 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 der Soldat hat mich gegeben! Einen davon haben! Wo ist der Soldat? Rechts, links, glaub ich! Ah, links! Oder, ey! Oh! Da ist ja noch mehr, links! Rechte Seite, Soldat! Ah! Rechte Seite! Sehr schön, sehr schön! Ja! Wo ist der Typ eigentlich? Der Soldat? Oh! Oh! Erfolgreich! Sehr schön! Hä? Es läuft doch langsam! Oh! Oh! Sehr schön! So! Und Silvester Stallone zusammen drauf gehauen! Hahaha! Tja, stimmt! Absolut! Absolut! Warum haben die eigentlich nie einen Film zusammen gedreht? Ah, ja! Das war so! Gott, ja! Das stimmt eigentlich! Ja, ich glaub, da müssen wir wieder ins Spiel kommen! Wir hatten es ja vorhin auch von Filmen mit Stars, die eigentlich gar nicht Stars sein dürfen, wie Tom Green! Wir machen das alles mal irgendwann! Ja! Oder Zeit oder auch M-M-M-Muschis! M-M-M-Muschis! M-M-M-M-Molina! M-M-M-M sinny! M-M-Mischis! M-M-M irreẽ management ist M-M-Muschis! Oh, gescheipht! Du bist angegriffen! Bin raus! AAh! Wir sind beide tot! Ha, 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 ha. Ja, ich versuche doch grad wegzuschnipe! Wie der uns umgebracht hat, oh, gescheipht! Das kotzt nicht an! Der ist scheiß-Soldier! Der ist fies! Also, mein, mein, myen Möchtegern Reaper von Overwatch, der eh… Dann... Der ist bulls! Also jetzt haben sie uns dann bald Linke Seite ist ein Engel Ja, hab ich dran, bin nicht dran Aber ja, sieht schlecht aus Sieht ganz schlecht aus In der Mitte sind zwei, ja In der Mitte zwei, okay Ah nein, Mitte ist ein weg Der Engel ist weg, der Engel ist weg Wo ist eigentlich der Wagen? Rechts kommt sogar Rechts ist der Wagen überhaupt, ja stimmt Rechts ist das scheiß Soldat wieder Oh, der ist ja wieder, ja Okay, haben wir den Soldier? Ah nee, das gibt's doch nicht Werner Eckert, das tue du nicht No, du Der scheiß Soldier Es kotzt mich an Der Soldier macht mich wieder kaputt Ist er immer noch rechts? War das der Victor? Er ist rechts gerichtet Oh, ja, Victor ist der Soldat Den ich Soldat, der nicht Scheiße Scheinde, scheinde Ja, ja, ja Es wird finster So Haben wir noch Soldier I am Start? Ah Okay, einer ist Mitte Links, links ist Soldat Ja, fast ist er Okay, ja Ich hab das Ding gescheuert Engel, ähm Mitte ist noch jemand Ah, scheiße, ja Mitte Ja, ja, ich bin mal an Mitte dran Ich guck auch Links, links Engel kommt Ja, ich versuch die Mitte ein bisschen auszupacken Ja, ja Ich bin auch Mitte Ja, Mitte ist geil Ja, Mitte ist geil Mitte ist sehr schön, sehr schön Gefällt mir, gefällt mir Superschön So, wo ist der Engel? Ist er weg? Keine Engel Vor uns kommt wieder was Ah, ja, ja, ja Ich seh's, ich seh's Rechts auch Nein, wir waren angegriffen Oh Neee, ich hab die Nordstaaten gefüllt Oh Engel, der Engel Oh, noch weitere links Sehr schön, sehr schön Ja, links haben sie mich geschickt Oh mein Soldat Soldat ist auch down Ja, ja, sehr schön Mitte, bleibt in der Mitte Dann wird's schön Dann wird's schön Ich hab die alle weg, bitches Es ist wunderschön, es ist wundervoll Rechts, unschuldig, aufpassen Da war jemand rechts, komischerweise Mitte, oh, da kommt Laser-Dingsi Ja, ja, links auch So, jetzt noch mal ran Von links und von rechts Von links auch? Rechts ist Soldat Links ist Engel Ja, da ist der Motherfucker Was los? Ah, ich zück mir das Arschlochohr So, ja, ist die komische Mitte Ja, ja, habt's gesehen Mitte, ja Gott, da kommen sie Mitte Da kommt der Robber Da durch die Mitten Pass auf Der macht seinen Ult Der macht seine Ult-Scheiße Links ist Engel Links ist Engel Sehr schön, sehr schön, sehr schön Nein, jetzt kommt Airstrike Airstrike Ja, passt auf Fuck, fuck, fuck Entschuldigung Zumindest mit den Anzeigen Laps auf gut Dann reagieren wir jetzt gut Zusammen Ja, ja Das ist, äh Das ist mal was ganz anderes Weil so spiele ich eigentlich nie Ja, ist taktisch Unsere eigene Pusten Es geht eher darum, dass man wenigstens sagt Wo die Gegner sind Okay, das sind alle Das stimmt Oh, jetzt sind wir weg In der Mitte Jetzt hat die Drecksau mich schon wieder erwischt Das Dreckmonster hier Ja, ist tot Roboter ist down Ja, sehr schön, sehr schön So, wo kommen sie jetzt? Wo kommen sie jetzt? Mitte Mitte kommt einer 2 Ja, ja, ja Ja, ne Roboter, äh Oh, wie heißt der? Soldat Der Soldat, genau Oh, was war das? Was war das? Der Wickel Oh, der Wickel Der Wickel, Joe Der Wickel Der Engel Der Engel Der Engel Ja, der ist weg In der Mitte Achso Ah, der haben wir schön zersetzt Sehr geil Aber die kommen trotzdem weiter mit dem Wagen Da ist der Engel dahinten Ah, ne Das ist der Soldat Die Dumme sah Der ist weg Ah, da kommt der Roboter So, vorne links Jetzt wird's finster Die Wichser Overtime Overtime So, nochmal ran Okay, dieses Schlafmob Die, 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 die habe ich noch gekillt Scheiße Ey, ne, sehr schön Meine ich, aber scheiße Oh, was ist das? Rechts ist der Robi Das ist sehr schön Aber geworfen Ey, Zweifel Ja, Alter, jetzt läuft's Würde ich sagen Ich glaube, ich muss auch was zu holen Zum Reifen auflassen Was, 30 Sekunden Alles klar, ich hoffe, ich so so brennen Ich darf mich nicht bewegen Ja, ist doch so Was gab's denn? Hähnchen? Flammkuchen Selbstbeschnittener Also nur, ne Eigentlich nur das, was drauf war War selbst gemacht Ganz klassisch Manch, Speck und Zwiebeln Manch, Speck, Zwiebeln Sogar Zucchini Und viel Wurst Muss ich sagen Sehr viel Wurst Ja, Wurstauflaschen Ja, Zucchini Hat ich selbst noch nie Probiert Echt nicht? Schadet ja nicht Ja, musst aber in ganz dünnen Scheiben drauf machen Sonst kriegst du Gemüseallergie Ist so So, ja So, jetzt Hut, was machst du? Ja, ich bin da Hast du mir sogar ein Kellerbier gebracht Aha, der Hut Ist heute besonders gut zu mir Kann ich schlägt an mich nachher Einer ist genau Ah ja, links Oh, ja, ja, ja Ja, ja, hast schon gesehen Einer kommt von links Roboter ist links Oh, der Scheiß Der ist hinter euch Ja, ich glaube, der ist fast hinter euch Der Roboter, der muss weg Oder rechts, glaube ich Nee, da ist ja gar nicht Oh Ja Ja, ich mach den Roboter weg Der ist in diesem komischen Tunnel Ah, der Ficker Jetzt hat er mich umgebracht Ja, mich auch Die Muschi Ey, ja Muschi halt Muschi Muschi Da war's Oh, vielleicht brennt ja noch so ein Laserstrahl Durch die Ecke Ja, Engel Ja, Engel Ich hab ein bisschen angeschossen Ja, also ich bin mal an der Mitte Weil den Engel allein kann ich ja nicht von hinten zähmen Nein, nicht der Double Kill, sehr schön Okay Schau mal Oh, jetzt schnitt's doch nicht Nein, aaaaaaah Wo war das? Das war wegen dem Roboter, glaube ich Ich weiß nicht genau Ja, der ist weg Zu dir, sehr schön, sehr schön Oh, Entschuldigung, jetzt hab ich aber beschrieben Das war doch gut Ich fand das doch schön Ja, du rufst mich Kuda Probieren würde ich gerne Oh, Barracuda Aschwick Online Ja, der Engel ist down, oder? Ja, aber da ist er Ah, sehr schön macht ihr das Sehr schön Also, Viktors 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 Sehr schön Und Roboter kommt von rechts Ja, ja Viktor kommt von rechts Auch Viktor kommt von rechts Viktor Granate, Granate Oh Oh, der hat mich gekillt Er ist hinter euch Oh, nee Ich hab einen Engel gefickt Oh Ja, ich sehe ich Ja, Viktor ist hinter Ist hinter Ah, ist er hin? Ja, aber er ist gleich tot Ich hab ihn Ja, super schön Okay Schön mit den Antagen Dann läuft die Sache Ja, so läuft die Soße Jetzt ernsthaft Links passiert Ihr habt's eingenommen Ne, echt schön Sehr schön Schattenlady ist links Ja, ich hab ein Pfeil hingeschossen Weg ist er Die Nutte Links Engel Links Engel? Sehr schön, sehr schön Engel down Vor uns Vor uns ist alle Jetzt kommt ein Ult zum Spiel Pass auf Aus rein Ne, bringt gar nichts Scheiße Was? Ne, der war falsch platziert Du dumme Sau Ah Alter, wie wir pushen Wie die Wir pushen jetzt wirklich sehr schön Ja, wir sind pusher Oh, der hat nur Film Äh, schützt der hier von Film Mein ich Entschuldigung, ich muss grad kurz In, 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 in die Hose scheiße Ja, der ist sehr schön Oh, der ist sehr schön Oh, der ist so ein Scheiß irgendwo Ja, der ist tot Oh, der habe ich Den habe ich Ja, der wagen, der wagen geht weiter Alles easy Oh, der wagen ist ja schon drinnen Bei denen so richtig tief Wo, wo Ja, Roboter ist drinnen Direkt vom Wagen Die kommt von denen, von denen, von denen Von denen Von denen Von denen Seh ich das grad Ich seh das Äh Ist dauernd Sehr schön Engel ist noch da Ich hab ihn Sehr gut Sehr gut Der Solche ist auch noch am Start hier irgendwo Ja, ich komm gleich Ne, oder was ist denn das? Sehr schön Was soll ich denn? Ich komme Baby Papa ist back Würde ich mal sagen Oh Jetzt fickt er mich von hinten Der hat Drecksack Ja, das war klar Ah, der scheiß Soldier Der geht mir halt so auf die Nerven Dass sein Arschloch riecht Oh, der Typ hat mich echt böse kaputt gemacht Soldier's down Okay Sehr schön, sehr schön Der Roboter ist in der Mitte Engel ist in der Mitte Nein Oh Oh, Eier Oh, der Roboter kommt in der Mitte Ja, aber Ja, sehe ich Oh, nee Alex Wer hat mir Ich bin wieder beim Wagen Wagen geht voran Ja, ich auch, ich auch Ich komme Wo sind die denn? Ja, wo sind sie jetzt? Ich habe einen Ultraschoss nicht Du musst rein Ja, der ist tot Oh, fuck Der Wagen geht gut weit voran Ja, ja, wir schaffen das Wir schaffen das Wir schaffen das, glaube ich Hinter uns Hinter uns Der Roboter ist Wo, wo, wo Ah, ja, ja Wo? Ah, ja, da ist er Da ist er Der ist gleich tot Moment, ich habe ihn Ne Jetzt kommt sie aber von vorne Ah, der kommt auf vorne rum Die dumme Sau Roboter ist weg Roboter ist weg Sehr schön, sehr schön Engel Engel, Scheiß Ja Was geht? So finde ich das So muss das doch laufen Läuft Jetzt muss ich mir Keilabry einschenken Oh, 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 oh Scheiß Super geil Was ist denn da los? Da muss ich mehr saufen heute Entschuldigung Ein Zeig doch mal her Ein Einmal gehauen Ins Gesicht Das ging doch Drachenpaust Drachenpaust Oh Oh, schön Und Und Da muss noch mehr gehen Nein Und Was ist mit dem da? Komm mit dem Ah Super Unglaublich Oh mein Gott Ich habe mich sogar verschüttet Deswegen Also auf unten rum Ich habe Stufe 2 erreicht Oh Ich habe auch was erreicht Was habe ich denn? Ich renne gerade kurz mal schiffen Ich bin gleich Nein Achso, ja Gerne Ach, Gottchen So, Punktetafel Das sieht auch mal sehr geil aus Oh, AugenShape ist ja böse Im Schaden ausgeben Wundervoll Wo siehst du das? Das kannst du auf der Punktetafel gucken Wo ist die? Die ist ganz rechts Auf die Nach Belohnungen Musst du ganz rechts gucken Da oben reinklicken In die Soße Ah, okay Das sieht schön aus Das gefällt mir Ja, 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 ja Absolut Ach, guck an Da heißt jemand Großmacher Ja, sehr schön für ihn Oder sie Großmacher Also Großmacher heißt ja Großmacher Was heißt das dann? Scheißen? Genau Welches andere wäre ja Naja Eben Number one And number two Ja Ja Warum lache ich eigentlich so? Habe ich überhaupt Zeit zu lachen? Ja, natürlich Der Hut ist weg Und Shape ist da Und wir rüsten uns Für die nächste Runde Ach, hu Das war aber echt Ein Kampf jetzt gerade Aber wenn es so weiter geht Sieht es vielleicht Sehr gut für uns aus Ja Ich muss mal gucken Also der war jetzt nicht schlecht Der hat mir Ne, ne Ja, mit dem kannst du gut Das habe ich letztes Mal sogar schon gemerkt Ich bin Kim Jong-Un Ich kacke nicht Ähm Oh Mama Was dann? Was dann? Den Tank habe ich Tatsächlich Den Tank habe ich Viel gespielt Den Mechaniker Okay Mechaniker Den habe ich auch Level 5 Okay Den Zwerg Genau Der ist Level 5 bei mir Sehr schön Sehr schön Sehr schön Also ich Ähm Ja Ich spiele halt gerne meine Junkrat Also hier Dredge natürlich Ja Victor hatte ich auch schon gespielt Talus hatte ich schon gespielt Flanke Also Omg Shape Eine Empfehlung von meiner Seite Ich weiß ja nicht Wie du darauf reagieren willst Wahrscheinlich erfolgreich Aber Tyra Mit ihrem sehr geilen Schnellschussgerät Tyra Die sogar Ähm Als Ult Noch schneller schießen kann Ist für Nahkampf Oder auch So Mittelfernkampf Sehr geil Sehr geil Ja aber Tyra ist Schaden Ich würde gerne eher In der Richtung Flanke bleiben Von der Kategorie her Weil da sehe ich Dass wir immer wenig haben Bei uns im Team Ja Wer du und Hut Macht ja immer schon Schaden Deshalb will ich da nicht noch Noch auch nochmal Schaden nehmen Also in der Runde war es sehr gediegen Mit meinem Schaden Wie man sieht Aber Ja gerne Gerne Also ähm Für Taktik bin ich sehr offen Weil ich ja sonst nicht offen bin Für Taktik Das ist Flanke 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 Ich Ich Was ist dieser Moji Moji Ah ne War das Schildkröte Ja Ja Ne Also Schildkröte Nervt sogar Als Nicht nur als Mitspieler Sondern auch als Gegenspieler Besonders Aber kannst du gerne nehmen Ne Nef Mief Die Mief Die Mief Die Schurken Ja Aber die ist übel Also gerne mit im Team Aber nicht als Gegner Team Boah die ist übel Was Was kann die denn Miefen War das nicht die Die auch alle in Schatten wirft Ne Das war die Ja Das war die Das war die Genau Ich weiß nicht Ob ich die gut gespielt habe Ähm Ich weiß es nicht Kann ich schlecht sagen Ja Ich hab ja nur mein Bier Und mich Wer ist der Buck Buck Ah Buck mit der Schrotfunnet Der macht einen Nahkampfschaden Also da kannst du keinen übertreffen Also der ist übel im Nahkampf Ja Ist gut Oh Gott Am Bier verschluckt So Geht wieder Ähm Aber Könntest du mal gerne Ah komm mir den Koga Den neuen So Jetzt haben wir es Ah Ich glaub das wär sogar was für dich Das wär sogar was Der Ozi Fuzzi Der Ozi Fuzzi Ja Nee aber Mit dem kannst du gut Schaden anrichten Glaub ich Weil da bist du sehr nah am Am Fleisch Würde ich mal sagen Am Wasser gebaut Was Am Wasser gebaut Onkshape nimmt Cargo oder Kegger Kogel Koga Koga Kokainum Ah das ist der Ozi Typ Oder Ja Ich glaub das ist für Onkshape Ähm Ne gute Auswahl Wäre Schön Das ist ja Tust du Öh Overwatch Ähm Wie heißt das Gar nicht mehr Nein Ich auch Nein Nein äh Leider Diva Ja Ne Diva Ne Diva nicht Also was wollte ich jetzt sagen Ja du hast es vergessen Während du hier hingehockt bist Schäm dich Ja das sind die Die wo so rumspringt Mit der Zeit Dreimal Diva Genau die Ne 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 Die ist anders Die mit der Brille Mit dem geilen Arsch Du hast vollkommen recht Das war nicht Diva Diva war die mit dem Roboter Ähm Ich wusste ihren Namen Während sie ich sie Äh von hinten Äh Ja ihr wisst schon Geklausert hab Ne Mir fällt es nicht mehr ein Das ist die mit den langen Beinen Äh Nicht Diva Dann gibt es noch Oh ich kannte die Charaktere echt mal Scheiße Ich auch Jetzt hätte ich es fast gehabt Und sie heißt nicht Alex Äh Äh Oh Mädels Das muss man doch Wie hießen die Sniper Olli Die Russin Müssten wir das wenigstens Oh jetzt hast du uns auf das Äh Fuck Das geht so nicht Wir haben uns das alles Aber Jungs und Mädels da draus Wir haben uns das alles Professionell weggesoffen Ja Das muss ich sagen Gab 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 es da nicht In Reinhard Ja Reinhard gab Ja Das kann ich mich noch erinnern Es gibt ne Brigitte Oder Birgitte Die gibt es Ist das gleiche Dann Junkrat Ja Junkrat Die war Äh Wie hieß der Roboter Ich hätte es fast gehabt Der Roboter Ist er nicht Botti Nein Ne 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 ich weiß es nicht Tut mir leid Ja Das gibt es doch nicht Doomfist gibt es Doomfist Ja das war neuer Scheiß Doomfist Ja Wart mal Äh Mir fällt es nicht mehr ein Diese wo der dreimal vorspielen kann Ja ja genau Genau die Mit den orangenen Leggings Ja 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 mit diesen prallen Arschhöften Äh Arschloch Äh Ey warte mal Wie hieß die Das gibt es doch nicht Genau so wie hieß die Sniperin Das ist eigentlich auch bekannt Ey Widow Irgendwas mit Ah ja Widow Ne Black Ne Vino Doch Black Widow Black Widow Vino gesagt Ja aber wie heißt die Mit dem Aber wie heißt die mit dem Sportlichen Arsch Einmal Nein Nein Also die spiel ich gerade Ihr seht schon Es wird qualitativ besser Oh Mann ey Ne wie hieß die Ist man ernsthaft Jetzt hab ich Wir dürfen aber nicht googeln Nicht googeln Jetzt hab ich Angst vor uns Jetzt hab ich Angst Ja wir versuchen da drauf zu kommen Einfach irgendwie Ich komm immer auf die ganzen Das war nicht witzig Nicht lachen Ich Jetzt hätte ich fast gehabt Die ähm Ja Ne die Also die war Die mit dem Roboter Ja genau Wie hieß der Cowboy Die spiel Sie hieß aber nicht Alex Ne Cowboytusse Ne Ich kenn den Cowboy Wie hieß der Cowboytyp Ah äh Ich sag auch Sehen wir hier bei den Leuten Die ähm Irgendwie mal eingewiesen werden sollten Ich weiß es nicht Das ist wie Wenn Sag ich mal Unsere Eltern Sich über Verwandte unterhalten Kennst du nicht Der Dengs Der Dengs Oh ja Der Schwager Hat der Dengs halt Ja Der Nachbar vom Schwager Und dem sein Und so Fangen ja meistens Die besten Streiter an Also Nerzer Was du kennst du denn Ja wenn ich einen Auf Klapp hoch Das gibt's aber nicht Nicht mal den Namen Von der Frau wissen Das ist doch scheiße Aber wir kommen noch drauf Meine Damen Ja klar Wir kommen noch immer drauf In der Mitte ist schon mal Granatenunmobil Oh ja Sehr wild Sehr wild Unmut Links zwei Stück Was zwei auch noch Ich hab Engelbärtskassetten Von früher Oh scheiße Nicht Achso Achso die Engelbärtskassette Oh ja 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 Ich seh's auch geschämt Du hast Wahre Worte gesprochen Natürlich Oh dahin Gehen sie böse ab Heilige Mutter Da kommt einer So ein Uzi-Typ rein Hab ich Hab ich Ja und er riecht noch Oh Achso Arsch Ne Bratarsch In der Mitte ey Der eine ist tot Der eine ist tot Der Bushido Wie der hieß Der ist tot Also links ist frei bis jetzt Aber in der Mitte Ja Mitte bin ich ja Entschuldigung Dass ich nicht alles abdecke Oh Sehr schön Ist nur noch einer von uns In der Mitte Da stoß ich dazu Ich komm auch gleich Eine Sekunde Eine Sekunde Baby Ich bin hinter Onkel Shape jetzt Am Start Oh das hört sich komisch an Aber ich mag es Okay Aber nochmal einer Mitte Oh scheiße Mitte Okay ja ich bin aktiv Mittig aktiv Oh 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 Scheiße Hätten wir jetzt Switch Kommentare Könnt wenigstens Irgendjemand reinschreiben Wie die dumme Kuh hieß Ja Ja stimmt Das ist jetzt Ja das ist ein Vorteil Von dem Ganzen Stimmt Also sowas kann ich Monatelang Das nerven Das ärgert mich Vor allem Wenn wir dann auch Nicht Google benutzen Du Erf Du Erf Scheiße Wie heißt denn die Alex Ich glaube es heißt Alex Nein Leider nicht Scheiße Ich würde zustimmen Wenn es stimmt Aber so nicht Ja Das finde ich auch Sehr konsequent Finde ich cool Dann werde ich das Vor allem nicht Mit falschen Informationen Bestätigen Fake News Also rechts sind zwei down Wagen kommt in der Mitte Ja rechts ist weg Zwei sind beim Wagen Ja ja Ich bin auch beim Wagen Moment Wir haben es gleich Wir haben es gleich Ja Mitte Ah nee Kramaten ab Ah mit Finster aus Würde ich sagen Ja sehr finster sogar Wagen fällt zurück Wagen fällt zurück Oh ich habe sogar einen Ulti Den finde ich cool Den mache ich mal Ich wollte sogar sagen Oh Hungry Idol So das sieht gut aus Beim Wagen Jetzt kommen die Ohne Mitte Richtig Links Ja rechts Oder links Rechts Okay Ich passe mal rechts auf Oh Ja keine Ahnung Achtung Passt auf mal Ah nee Ja der Ulti Freak Scheiße Ja Ich habe Nein Ich habe Entschuldigung Nicht Nein Ich auch nicht Ich habe Achtung Sehr schön Ich komme noch Auf den Namen Glaub mir das Als erster Obwohl ich Sehr Benusse Jetzt weiß ich Die Cowboy Tussi heißt Ashy Ah Ashy Flashy Ashy Flashy Oder Ashy Flashy Aber Soldier Gibt es doch Soldier Heißt der Einfach Ja Soldier Ja genau So langsam Kommt man näher An dem ganzen Scheiß Wie ist die Nicht Engel wert Also so wie der Sänger Echt Oh ich bin tot Links Links Ja links Aus der Höhle Aus diesem Sack Warte Ja Ja Nein Ungeschehen Sack So jetzt fick ich die Aber Ich bin tot Entschuldigung Für den Ausdruck Ja eigentlich müsste ich Ihnen sagen Stimmt Ein Enemy Is unstoppable Enemy Is unstoppable Miau 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 Ah Fick Kannst du das sagen Fickt euch Ja Eiße Was passiert jetzt eigentlich Bei mir steht das Bild und ich komm nicht mehr rein Was Hat doch jetzt Alles gut Es hat mich nicht Laut Okay Okay Ich seh schon Jetzt ist es scheißegal Wo sie kommen Weil alles Geht Irgendwie Gehen wir jetzt In Bach Äh Das gibt's nicht Oh Nee Ich hab einen Engel Ausgeschissen Der ist danach Doch Ja Double Kill Eure Eltern Segen mich jede Nacht Kriegen wir das noch zurück Oh Oh Guck mal Da weiß doch jemand Wie die Scheiße von hinten riecht Over time Over time Ja hier Dreifachschaden Sehr schön Sehr schön Da Die Tür ist auch Links Ja Habs gesehen Oh Das gibt's nicht super Oh ja Oh Das war Haarschaf Das ist ein Schwanz von Herzen Am Anfang war man richtig gut das zu halten Aber dann Kurzzeitig mal komplett Ja liebe Zuschauer Wir haben unsere Schwankungen Was die Performance betrifft Zumindest ich Und auch wenn wir mit dem Bauch wackeln Ja 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 Total Ausfall Und vor allem wissen wir nicht wie die kleine geile Hexe mit den sehr langen Beinen bei Overwatch heißt Die dumme Sau Ja Oh da könnte ich jetzt die Heiße langsam durchdrehen Ich guck's vielleicht Ich könnte schon einem Arsch rumspringen Ja aber nee Warte Mir kommt noch drauf Nein du schaust nicht Hund Nee ich schaust nicht Schaust du auch nicht Nein ich wollte schon fragen Ob ich sie in den Chat einfach reinschreibe Ah dann hatten wir zwei es Dann nehmen wir jetzt einfach weiter auf Welche Charaktere es gibt noch Genau Premium Oh Erfolgete Reinhard haben wir schon Was gab's denn noch für Zeugs Der Soldier Oh nein Wir haben rechts Oh scheiße Links links am Start Oh rechts auch Links ja der scheiße Der Uzi Typ Oh der Drecks Ja der ist tot Der Riechen Der Riechen eure Eltern Ja nach rechts 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 Ja Scheiße Ja vor allem in der Mitte geht's ja voll ab jetzt grad Aber nicht mehr lang Oh shit Oh Hat uns beide umgebracht Die dumme Sau Oh fuck ey Das kannst du vergessen Die sind in der Mitte wie ein Stein In der Mitte Das ist doch mal ne Ansage Sehr schön Sehr schön Hier da alles draufrotzen was da geht Ja das machen wir jetzt auch Rechts Oh Ah noch rechts Ah Ah ich hab Nee Rechts kommt wieder einer Aber Ignorieren Ignorieren Ich bin tot Scheiße Ich ignoriere alles jetzt grad Scheiße Sogar die Taktik War was neu ist Es kommt halt immer einer von rechts oder links Die können sich nie einigen In der Mitte stehen zu bleiben Ah Und am besten auch nicht zu schießen Das würde auch noch helfen Ja Ja Das sind doch mal wahre Worte Ah jetzt kommen sie mit Aber wie Nein das hab ich falsch geschützt Oh ich dummes Schwanz Okay Ah Oh komm ich hätte den Ult so geil einsetzen können Weil die ja so dumm sind Wenn ich das sagen darf In der Mitte weiter zu verweilen Oh bin ich Ich hab meinen Ulti in der Mitte gedrückt Das hat funktioniert Ja sehr schön Sehr schön Dann warst du einer der wenigen Zauberkünstler Zauberkünstler Ha 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 Engel Oh Double Kill Läuft doch Engelbert Ja Engelschwert In seinem Arsch Was Jetzt kann man Jetzt kann man Ja ja jetzt pass mal auf Links ist der Nazi-Mowgli Mit den Uzzis Nazi-Mowgli Da komm ich Warte Ich bin nur Nein Er hat mich getötet Gegen die Wand Ne Orgel Shaker hat er getötet Er ist tot Er ist tot Sehr schön Onkel Hoot war nicht Onkel Hoot nicht Shamed Nova? Ja der kommt wieder Ne Nova Nova? Nova Nova? Ich hab keine Ahnung Ich hab Nova jetzt Ich sterbe Das war die Sniper Ja genau Gibt es nicht auch wirklich Nova? Doch doch Das könnt auch Nova Wenn ich so drüber nachdenken Kann es möglich sein Ja Nenova Ne ne Das war nicht Nova Nein Ichs ist so ein anderer Name Das klingt so Aber war es mit M Ich glaub es war mit M Du bist schon Mh Mh Ah M-M-Mushi Mh Der Ovattyp ist Niler da Ja ja ich hab Engelschiss In den Haaren Entschuldigung Aber ich hab Nein was ist da los Oh Zwei tot Drei tot Ja sehr schön Sehr schön Double kill Läuft Ja Ja Links Nein Jetzt haben sie den Krag Was? Das war ich. Hahaha. Sehr schön, sehr schön. Jetzt... Wo sind die... Loswägchen, Rollen. Ja. Rollen. Roller, Coaster, Rumbler. Kennt ihr das noch von früher? Was? Oh. Ey, das waren... Oh. Ja, von links, von links! Rechts! Rechts! Das andere ist links! Das andere ist links! Rechts! Links kommt auch eines. Ja, links auch? Oh, links? Ja, stimmt. Das ist auch jemand. OZ-Typ! Oh, nee! Der ist hier! Wo ist der? Ah, der OZ-Typ! Oh, nee! Der ist rot! Einer davon, irgendwie. Ich riech nach Mo... Oh! Der ist da fricken! Entschuldigung! Wollt das gar nicht sagen. Ich wollte das gar nicht sagen. Oh, fuck it hell! Mann, das war so knapp! Ja, warte mal! Wir haben's doch... Äh! Der OZ-Typ kommt wieder! Wo der OZ-Typ! Wo der OZ-Typ! 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 Hier kommt die Sonnen! Sie riecht nach rotem Arsch von allen! Ah, sehr schön! Weg ist er! Ich bin für Nova! Ich gebe meine Stimme ab und passere auf den Namen Nova! Aber Nova? So hört sich aber auch geil an! Ja, hört sich auch geil an! Ja! Da bringt die... Da ist auch Brot mit! Ist jetzt 2-4! Scheiße! Finde ich... Finde ich gut! Aber bin ich gleich! Äh! Finde ich gut! Ah, gut! Sollen wir die machen nach der Runde? Oder... Jeder gibt einen Namensvorschlag! Ja, auch nach der Runde! Oh fuck! Das ist schwierig, ja! Weil dann würde ich bei Nova tippen! Mann, wie heißt die? Warte mal! Heißt die nicht Tracer? Ah! Scheiße! Du Arsch! Ich hab's gewusst! Donneres Arschloch! War das Tracer, oder? Ja, siehst du! Ja, siehst du! Tracer! Oh Mann, hey! Wie kommst du auf solch einen Armhut? Ja, weil ich grad... Ah, leck mich am Arsch! Das stimmt, ja! Tracer! Ich hab grad... Könnt ihr im Video nachvollziehen... Mich so zurückgelehnt wie so ein Chef... ...und hab nachgedacht im Sessel... ...und dann Tracer! Das lief's doch nicht! Dann lehn dich mal demnächst eher so zurück, wenn's um Geld geht! Wär doch schön! Wär doch schön! Ich bin auf der linken Seite! Ja, ich komm mit! Ich bin Mitte! Mitte kommt auch was! Würde ich mal sagen! Sehr schön! Ja, ich geh auch mit! Oh, Mitte ist übel! Aufpassen! Ganz übel! Ganz schlecht! Er ist tot! Einer ist tot! Sehr schön! Kommen sie jetzt links, rechts? Keine Ahnung! Nee! Ich kontrolliere, ich bin in der Mitte! Ah! 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 Er ist tot! Sehr schön! Mitte! Wir halten Mitte! Ja! Ah! Von hinten! Passt auf! Von hinten! Wo? Links! Aufpassen! Ich weiß nicht! Echt jetzt? Ja, ja! Ja, da ist er! Ja, da ist er! Ein bisschen erwischt! Aber er ist auch wieder! Nee! Mitte kommt wieder! Ah, Mitte! Ah! Von der gegnerischen Richtung! Mitte! Und was war bei dir? Der kommt zurück! Die dumme Sau! Ich habe Engel ausgeschissen! Ah! Der Ultiman! Der ist weg! Vorne! Der Ultiman ist tot! Der Ultiman ist tot! Einer wo da drinnen war! Einer mit! Auf! Mitte rechts! Mitte rechts! Ganz finster! Da! King's B! Ja, das ist nun los! 90%! Wir haben den Finger gleich! Das geht! Was ist Mitte rechts noch? Nix mehr? Oder was? Ich sehe nichts mehr! Ja, jetzt grad! Ja! Oh! Super gemacht! Mitte ist Kraken! Vorsicht! Direkte Wagen! Oh nein! Rechts! Rechts! Ich komme rechts durch! Pass mal auf! Ja! Ich mache sie fertig! Ja! Zwei sind tot! Echt jetzt? Ja! Sehr schön! Ja, ja, ja! Back to the roots! Ja! Achtung! Ich sehe ja von links, glaube ich! Kommt gleich was von links! Rot! Oder? Rechts ist schon Cowboy! Was ist rechts? Achso! Cowboy! Oh Mama! Oh Mama! Oh Mama! Da ist er ja! Der Junge! Ja der ist tot! Der ist ja mal richtig tot! Drei von denen in der Mitte! Ach Gott! Ja! Red Page habe ich! Sehr schön! Los! Du wächst mit deinem Bierhut! Das würde ich mal so sagen! Ja! 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 Das ist ja auch... Wie geil das jetzt hier läuft! Die gehen ja down! Das ist die Mordserie! Ich habe eine Mordserie! Wie super! Super schön! Super schön! Sehr schön! Oh! Was ist das für ein Muschi? Ja, eben. Der Hut weiß ja, wo es rennt. Mein Gott, mein Arsch tut so weh. Harten Nacht in Sand. Okay. Es gab noch den fetten mit dem Haken. Oh! Du Arschloch! Jetzt kommt auch ein Geschäft mit den harten Nüssen. Nein, nicht Kurt, der hieß irgendwie... Mit E, mit R. Rock? Rogue? Roosevelt? Roosevelt, glaube ich. Warte mal. Jetzt hätte ich fast gehabt. Wir bringen uns hier in Höchstform mit diesen... Also Juggernaut und er ist ja so der gleiche. Der heißt mit der Schweinchen-Nase. Warte mal. Fast gehabt. Warte, ich muss erstmal meinen Dreadsch reinmachen. Soll ich mir auch zurücklehnen, Hut? Ja, mach mal. Mit meinem Stuhl? Schau mal, Hut. Freiflug. Warte mal, wie hieß denn der? Schweini, Schweini... Roger Man? Nee. Warte mal. Rockenkopf. Okay, okay, warte mal. Ich weiß einen Teil davon. Er heißt irgendwas mit Hawk. Ah! Ah! Ich weiß es! Wie? Es tut mir leid, ja, Roadhog. Ja! Es tut mir leid. Den halben Punkt kriegst du mir. Ja, das darfst du auch, das darfst du auch. Und ich hab auch einen halben Punkt. 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 Stimmt. Jetzt müssen aber einige Liger werden. Und jetzt... Wie hieß der Roboter noch? Der fehlt mir noch. Welcher Roboter? Stopp! Der, wo die... Den, den du immer gespielt hast. Einen Panzer machen konnte. Ja komm, so einfach. Nein. Bastion. Ah! Bastion. Nee, aber wie heißt der andere Roboter? Dieser, wo die Kugeln in der Hände hält. Wie ich immer meine Kugeln heute... Oh, sorry. Den haben wir jetzt wirklich nie gespielt. Aber um das geht's jetzt. Um das geht's jetzt. Tick-Tack. Nee, der kam... Tick-Tack. Wie? Tick-Tack. 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 Nee, komm, aber das wird jetzt eine Meisteraufgabe, oder? Oder nicht, oder was? Oh, den weiß ich aber echt. Der, da hab ich wirklich... Der Kugelmogli, nee. Der Kugelmogli ist auch schön. Aber du hast Nazi-Mogli auch noch. Orenos? Orenos? O-Rei-Nee, O-Rei-Nee, O-Rei-Nee. O-Rei-Nee, O-Rei-Nee. O-Rei-Nee, O-Rei-Nee, O-Rei-Nee. O-Rei-Nee, O-Rei-Nee, O-Rei-Nee. Ja. Nee, sucht euch was anderes aus eurem scheiß Overwatch-Universum. O-Rei-Nee. Hey, aber du hast keine Ahnung. Ich glaube, jetzt haben wir doch eigentlich alle durch, oder? O-Rei-Nee. Ich glaub, auch schon, oder? Nee, es gab noch den Bogen-Heini mit seinem Fuss-Fuss-Fuss-Fack-Band. Ah! Oh, da könnt' ich jetzt... Ja, könnt' ich jetzt sagen. Aber ihr wollt' das dann wahrscheinlich nicht. Weißt du's? Hanso. Ah, der Hanzo! Ah, Scheiße! Ihr dürft mich halt... Oh, Scheiße! Nennt dich Meister! Du spielst Rain Man! Ja, wie der Regenmacher! Aber wir können auch... Oh mein Gott! Aber auf Tracer würde ich nie kommen! Also doch, ich würd gern auf ihr kommen! Aber ihr wisst schon, was ich meine! Ich hab schon zwei Double Kill abgeholt! Das stimmt doch nicht! Oh, dafür ist ein Blut! Ja, und was mach ich? Fürstenblut übrigens heißt mal, wenn ich irgendwie ein alkoholisches Getränk mache. Das finde ich tatsächlich... Da bin ich aber auch mal gespannt! Was wäre da drinnen? Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre was Fruchtiges. Einfach so Beeriges. Rotbeeren oder irgendwas. Oh! Oder Whisky? Was wäre da so der Hauptanteil? Nee, Whisky bin ich nicht der große Fan. Also ich würd vielleicht eher zu Rum zendieren. Oh doch, Rum! Sehr schön, sehr schön! Ich bin einfach Fan. Ja, ja. Ja, tut mir leid, aber da muss man ja auch Fan sein. Was soll das? Hm. Ja, also außer Bacardi vielleicht. Wisst ihr was? Den überleg ich mir. Ich überleg mir Fürstenblut. Ja, ja, ja! Ja, ja, sehr schön! Das machen wir für den nächsten Besuch. Dann trinken wir Fürstenblut. Und ich überleg mir, was das ist. Das ist ja total alkoholfreie, ähm, super, äh, ja. Und weil der Hesert einen Bonus kriegt, äh, gibt's die Variante, äh, Führerblut. Ja, oh mein Gott! Oh mein Gott, wie ist das? Äh, äh, wie, 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 oh, wie krass unschön ist das? Nee, wie geil ist das? Ja, Führerblut. Sehr schön. Sehr geil. Bei mir hat's aber auch gut gelaufen. Ja, ich würd mal sagen, äh, jetzt sind wir auf nem guten Pegel, lieber. Links! Was, wo? Ja, ich würd nur, äh, ja. Neee! Das ist so ne Bastionartig. Ja, das ist... Oh. Ah, der Killer! Uncle Shaped ist schon dran. Sehr schön, sehr schön. Oh nee, was ist das für einer? Fernando, die dumme Sau! Was, Fernando? Das ist nicht Fernando Pizzicata, sag ich euch. Schieß Hunger! Hinter die Uncle Shaped! Ne, Hazard, hinter die... Ahhhh! Ha, 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 ha! Gesehen, es tut mir leid. Ja. Ah! Hinter uns hinter der Shaped! Ah! Ja, vor mir auch. Ahhhh! Das gibt's doch nicht! Doppelkill! Ja, das geht! Ja, ich würd schon sagen... Das Play of the Game kriegt, Alter, dann weiß ich nicht. Ja, Augen Shaped, du hast einen Meister gefunden, sozusagen. Ja. Ich hab... Ich kill alles hier grad. Ansonsten hätte ich... Ja. Dein Ult! Stark ist raus! Na ja, das war die Ult, jetzt weiß ich, was sie ist und ich hätt sie besser benutzen sollen. Oh, jetzt, ja. Das ist super schön gelaufen jetzt. Ich bin nur noch halbbar. Siegen kill. Oh! Das ist... Ja, was ist denn los auf... Du bist ja... Ja, sag's doch, Rutz. Das ist ein bisschen OP, finde ich. Entweder liegt der mir oder der ist echt ein bisschen... Pass mal links ein bisschen auf. Wir haben da Sniper-Figuren am Start. Da, ähm, Willi... Ja, ihr wisst schon. Ja. Das ist nicht gemein. So ein bisschen halt. Das sieht die Mutter doch mal ganz anders aus. Ja! Also von hinten gekämmt worden. Ah! Die dumme Sau! Der Flammentyp! Die dumme Schwein! Der Flammentyp! Der Flammentyp! Der Flammentyp! Der Flammentyp! Der Flammentyp! Also ich finde, Fürstenblut wird ein sehr geiler Cocktail. Ich bin gespannt, wie die Schwanzspitze schmeckt. Da ist ein bisschen Benzin und Ethanol drin. Ja, also Fürstenblut, es muss schon irgendwie was Rotes sein. Ja, 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 doch. Ich will mal überlegen, weil man könnte ja zum Beispiel so ein Daikiri in die Richtung. Die sind ja so ein Frozen Daikiri. Wäre zum Beispiel ganz geil, weil der ist ja auch ein bisschen von der Konsistenz her ein bisschen cramiger. Und eher wie leicht geronnenes Blut. Kann man das so machen. So was, das edle. Ja, ich bin sehr gespannt. Also das in der roten Farbe von einem Daikiri. Daikiri, Daikiri, Kiri, Kiri! Daikiri, Kiri, Kiri! Daikiri, aber es muss nicht Strawberry sein. Vielleicht irgendwas ein bisschen Herberes, weil Fürstenblut, verstehst du? Ja, ja, ja. Das muss ja her. Dann ist wie Tagebutte. Ohne Beete. Ne, lieber nicht. Alles geht rein, irgendwie. Aber so wilde Bären, Onkel Shape, jetzt mal Erz beiseite. Wäre ja so ein Ansatz, wie du gesagt hast, Freund. So ein Walzberry-Zeugs. Keine Ahnung. So was in die Richtung. Bin gespannt. Bin echt gespannt. Alkoholisch passt dann immer natürlich, wenn man nur Wodka und ja, da muss man gucken. Ich überleg mir tatsächlich mal was. Das wird witzig. Und dann kaufen wir das ein und dann machen wir hier unser festen Wurstenblut. Und es gibt dann noch die Disky-Variante, das ist dann eben Führerblut. Und dann haben wir die komplette Auswahl. Habt ihr es gehört? So ist es. So sei es. So sei es. Ja. Mein Gott. Warum werde ich jetzt vor diesem Airstrike die ganze Zeit hingerichtet? Das ist ein Scheiß. Ja, wenn wir das gerade auch nicht. Ohneee! Vielleicht drehen die jetzt auf ein bisschen. Ah! Jetzt drehen sie wirklich auf. Das ist wie wenn die Mutter mal so ein bisschen nach hinten kackt. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Die haben ja vorher so weggehen. Ja komm, das schaffen wir wirklich. Ich mache jetzt mal ein bisschen Damage von hinten. Also ich mag das ja. Äh. Ja. Du bist schon. Genau. Wir pushen wieder zurück. Links ist, links ist. Ja bin dran, bin dran, ist weg. Danke. Die dumme Saudi. So jetzt haben wir es doch wieder. Ein bisschen Taktik hilft mir wirklich weiter. Ja ich glaube rechts ist was. Links ist auch was. Ja links ist auch was. Ich gehe mal links ran. Links ist down. Ah ja mitte. Warte ich bin mitte dran. So ist weg. Nochmal mitte. Ja rechts bin dran, bin dran, ist weg. Ist weg, ist weg. Ist weg. Und zwei von rechts ja. Ja von rechts. Ah. Okay rechts habe ich nichts gesehen. Alles klar. So wo ist er? Jetzt jetzt mal pushen. Wagen wir doch den. Sehr schön, sehr schön. Ja sehr schön. Ich rubbel mich an ihm. Oh mein goodness. So vorne rechts ist ganz übel. Da müssen wir was machen glaube ich. So mal gucken ob es mit dem Sperr klappt. Ne. Mit meinem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommen sie rechts. Aber wie finster. Scheiße. Da kommen sie irgendwie in unsere Motherfucker rein. Ohhhh. Der da Drecksult dieser Fickerult. So ich habe sie glaube ich. Ah. Ne. Nicht wirklich. Scheiße. Ja wir haben wieder gut zurück. Ja wir sind wirklich gut wieder hinten. Wenn es das sein muss. Ah. Der scheiß Fernando. Die dumme Saudi. Fernando. Fernando. Lalalala. Euch habe ich mitgenommen. Ihr Säue. Okay das wird jetzt ein bisschen komisch glaube ich gerade. Kann es sein? Jetzt wird es echt schreckig. Ah leckt es mir mal. Ah. Scheiße. 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 Das ist wirklich jetzt finster ein bisschen. Ja. Haben die jetzt einfach so Drogen genommen? Ja. Das stimmt jetzt gerade nicht. Von der Software her. Kann es sein? Weiß ich nicht. Die Software spinnt. LSD mit freundlichen Grüßen. Ich sehe drauf. Ich gehe drauf. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt da vorne rechts kommen sie ja wie die Marten. Ohhhh. Oh ja. Der Fernando kommt wieder. Der brennt mich runter. Die dumme Sau. Ja scheiße. Der Wagen bewegt sich noch. Ja ja. Da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Scheiße. Zwei umgebracht aber es bringt gar nichts hier bei dem Aufgebot. Ich bin gleich in der Seite. Ich bin gleich in der Seite. Ich bin gleich in der Seite. Das ist finster. Ah. Wart mal einen Moment. Ah. Ne. Drei, vier. Alles klar. Ohohoho. Ah. Sehr schön, sehr schön. EIN. Fünf. Alle weg. Das gibt's nicht. Scheiße. Das gibt's nicht. Hu. Hab ich tatsächlich ein Kind geboren hinten raus. Alterle. Das war Marascha. Okay. Das ist mir sogar schwindig geworden beim Schreien. Das ist gut. Ich gehe oben lang. Macht ihr mit? Ja. Ich bin oben immer mit, ihr wisst schon, dabei. Nein, ich meine ganz oben. Was? Da ist ein Portal durch. Ah. Da ist ein Portal. Hinten. Erzähl mir nichts. Wie bist du da hoch? Ganz unten, unten, hinten. Oh ne, da ist ein Portal. Junge Frau. Ja, ja, ja. Ach da. Hoch, hoch. Geht das dir auch lang? Das ist ja super. Ja, ich hoffe es. Wenn das nicht aufgehen, haben wir echt geschissen. Ach. Jetzt kommt ein Enkelkind. Ah. Oh mein Gott. Oh, wir fliegen. Ja. Aber vielleicht überleben wir jetzt alles. Ja. Das war geil. Ja, ich hab ja wozu. Du weißt, wozu. Ja, gell. Ja, gell. Enkels Schild. Ja, Mordsja, ihr. Jetzt wisst ihr, wo eure Mütter heute Nacht pennen. Oh. Oh. Oh, bei dir? Ja, klar. So. Raserei. Fünffachschaden. Das ist denn, man. Der Hazard ist wahnsinnig. Ja, jetzt kommt der Sub. Ja, jetzt kommt der Sub. Ja, links, ich pass auf. Komm, 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 komm. Gerecht. Oder, äh, ja. Rechte. Gerechte. Mund. Mundgerechte hab ich ihn zerstücken. Wir haben gleich gewonnen. Das ist gleich durch. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Wie schön läuft das jetzt gerade. Ah. Oh, super. Supergeil. Vorne rechts. Vorne rechts. Ganz finster. Da kommt so einer und macht einen auf, äh, ja. Dicke Hose. Ja. Kriegt raus aus. Oh, was ist hier los? Und? Und auf haltbar siebenfach. Was ist denn? Wir brauchen den 1%. Ja, wir haben ihn. Oh, ich krieg keine Luft mehr. Es war eine Vernichtung. Es war schön. Es war sehr schön. Oh. Ja. Ich hab gedacht, mit dem krieg ich's Highlight. Ja, eigentlich schon. Und Simogli. Ich wollte auch grad meinen, ähm, dass ich da auch ein bisschen was einfahren kann. Aber nein, das Spiel hat sich anders entschieden. Schade. Oh ja, Hesselberg. Oh, mich! Ihr dreckigen Scheiß-Gegenspieler, ihr. Tokio. Tokio, ähm, Hotel. Okay, Lava. Hahaha. Was? So. Making love long time. Hahaha. Das kann auch niemals zu beaucoup sein. Hahaha. Aber vom Schaden her geht's. Würde ich mal sagen. Okay, warte mal. Aus welchem Film stammt das? Me making love long time. Ich würde Metal Jacket. Ich würde Metal Jacket. Also bitte. Ja, okay. Auf dem Beat. Hahaha. Also. Nein. Das geht ja manchmal gar nicht. Sehr schön. Ich unterhalte mich hier mit Profis. Es tut mir leid. Hahaha. Ja, natürlich. Nur. Ähm. Ja, eine Runde, komm auf jeden Fall. Ja, eine Runde, okay. Komm, eine Runde muss noch. Ja, eine Runde. Eine, dann machen wir die richtig zu Sau jetzt. Ja. Wo bin ich da eigentlich? Achso, ne. Ne, Entschuldigung, was? Und Schäfer hat seinen Meister gefunden, oder? Fast. Kann man sagen? Oder? Äh. Bist du noch nicht? Hütte Charakter? Ja, charaktertechnisch. Ja, das finde ich nicht schlecht. Mit dem Hütte. Alles klar. Und Heather ist, äh, der... Also Crash, ich konnte jetzt sehr gut Schaden austeilen, hab ich gemerkt. Ja. Doch. Doch, ja. Äh. Das macht was, äh. Ja. Hm. Was? Jetzt spielt der Hood Tyra. Der hab ich vorhin schon gespielt. Also sehr, sehr gut. Ah, ja, ja. Doch. Weil du, ja, bist du so ein Tyra-Typ. Aber eigentlich aber auch... Ja, schöne Titten. Also, äh, ja. Aber eigentlich auch wieder, äh, Sniper-Rom-Technisch bin ich, äh, lieber auch, äh... Warum sprichst du Hochdeutsch? Das war... Test. Test nicht? Technisch. Es ist Technisch. Ja, aber... Nee, Hood, stopp. Die ist doch keine Sniperin, die junge Frage. Nee, die nicht. Aber eigentlich spiel ich... Ich weiß nicht, manchmal frontal oder eher von hinten. Ah, keine... Die Famous Last Words of the All Time, würd ich mal sagen. Frontal? Vorne oder von hinten? Oh mein Gott. Ja, der Hund nimmt wirklich keinen Schwanz vom Mund. Äh, ja. Oder auch andersrum. Oh! Oh Gott, das war zu viel. Multi-Bruder-Liebe. Ja, und es ist... Es hört sich zumindest heute nach sehr warmer Bruder-Liebe an. Oh mein Gott. Ah, du altes Dreckschein. Der Arsch wird wieder geschält wie so eine Jaguar-Felle. Äh, nee, das steht ja da. Scheiße. Wahnsinn. Ja, der kommt immer so... Der Süße. Oh nein. Nee, ich renne nicht weiter. Nee. Jedes Wort geht in... In den Sack. In die falsche Richtung. Oh, nee, in die falsche Richtung geht da gar nichts. Da sind die Wände wieder voll mit Spritze. Immer mit Spritze. Naja. Wie war das mit Bruder-Liebe? Ich mein... Oh shit. Oh oh. Einer der grandiosesten Filme mit weg. Asiatisch wurde ganz schlecht amerikanisch rebooted. Oldboy. Ah, Oldboy. Genau, Oldboy. Aber Bruder-Liebe, Oldboy. Genau, das wollte ich. Da wollte ich raus. Ja, ja, ja. Da wollen alle raus. Ich bin aber auch beschissen mit Namen, verdammt. Nein. Oh shit. Ja, Oldboy nicht mehr einfallen, weißt du. Ah, Oldboy. Ja, der Chris... Aber das Remake war trotzdem kacke, so. Ja, und trotz Dingsbums hier. Wer war... Josh Brolin. Ja, und... Ich mein, der Brolin ist ja nicht der schlechteste. Nee. Nein, Desert Eagle 5. Nee, war das Desert Eagle? Nee, das war... Ah, war... Wie schon, stimmt. Das war toll. Ich bin verwirrt. Ist das nicht der... Der hier... Thanos? Ja, ja, Thanos. Genau. Oder aus den total unterschätzten Comic-Dingsbums... Solomon... Wie hieß das? Solomon... Solomon Cain. Solomon Cain. Was, hat Josh Brolin nicht gespielt? Ja. Echt? Ich glaub, das war der Solomon Cain. Und das war ein... Der war auch echt unterschätzten. Also, ja, jetzt mal ohne Scheiß. Cowboy und Aliens. Den Film fand ich auch überraschend. Ja. Wurde auch unterschätzten. Ja, 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 ja. Absolut, absolut. Sogar Daniel Craig hat er hier, äh... Ja, linke Seite ist schon mal einer. Oh, nein. Ja, ich bin... Ja, rechts ist auch was! Zwei, zwei, zwei! Hilfe! Ah! Achtung, Achtung! Einer ist down. Ja, ja, einer ist weg. Rechts sind sie aber auch. Da sind sie saftig dran. Oh, ich glaub... Oh, nee! Nee! Ich hab meinen Scheiß-Controller geschrottet, die dumme Fo... Oh! Rechts! Rechts! Oh mein Gott! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Nee, dann hauen wir den an! Holt! Ja, ich weiß. Entschuldigung. Der ist auch, also, so herrlich trashig geil, äh... Was siehst du? Der macht so viele Witze auf. Warum schauen wir denn nicht? Das Geile ist, Deadpool spielt ja mit. Also, zumindest im Film als Name. Hä? Was? Wird erwähnt und so. Es ist der Hammer. Oh, Mann! Echt? Es ist eine russische Trash-Perle bis zum Abtreten. Wir haben da nur die ersten... Oh, nee! Ja, das kotzt mich schon wieder an! Das Problem war, dass wir da schon extrem besoffen, glaub ich, waren. Ey, zwang, ja? Besoffen! Ja, wann mal nicht! Ey, oh! Liebe Zuschauer da draußen! Ja! Nein! Das gibt's! Fuck! Ich bin... Achso, man darf ihn besoffen anschauen, aber nicht ganz besoffen. Ja, ja! Und das war der Fehler! Das stimmt, was der Hut da, ähm, ja, rausgelassen hat. Scheiße! So, wo kommen sie denn da vorn? Oh, nein! Die sind überall! Ah! Oh, nee! Scheiße! Wir pushen hier, pushen hier Roddy Call durch, Junge! Roddy Call! Wir können schon wieder kotzen hier! Ich bin schon fast wieder am Arsch! Ich bin schon wieder am Arsch! Ich bin schon längst tot! Mensch! Was ist denn los? Ich gehe da rein, falle um und das wiederholt sich! Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ja, genau! Und den kriegst du das Murmeltier! Fuck! Von hinten hat... Nee! Eine... Ja, von hinten! Ja, ne, von vorne! Jetzt haben die mich betäubt, die dumme Sau! Die... Schwanz, äh, Frucht! Drecksau! Das gibt's doch nicht! Hier kommt die Mone! Was denn? Ganz geil! Ich hab auf ganz extrem lustigem Zufallweg, habe ich zwei Rammsteinkarten von nächstes Jahr bekommen! Huh! Nee! In Hamburg! Du Drecksau! Nein! Geil! Wirklich super! Apropos! Der was? Ja, sag doch! Ich hab überhaupt gar nicht irgendwie danach geguckt und dann eine ehemalige Arbeitskollegin und ich will nicht allein hingehen und ich bin in dem Fanclub, ich kann die kriegen! Oh mein Gott! Habt ihr Bock drauf? Hab ich so, ja, warum nicht? Und jetzt haben wir zwei Rammsteinkarten! Krass! Ja, boi! Ja, hast du aktuell, äh, aktuell ja natürlich, äh, ja... Gehört's denn? Aktuelle Lieder? Gehört's denn? Nö, aktuelles Rammstein höre ich nicht. Ich höre immer noch hier, äh, Mein Herz brennt und so weiter. Ah, nicht? Echt? Nee, ehrlich, die neuen, neuen Rammstein, sag ich's höre ich nicht. Bei mir war das letzte Album, dass ich höre Sonne. Hieß das Sonnes Album auch? Ich glaube, ja. Nee, verarsch mich jetzt, oder? Was? Nein, die neuen Lieder mag ich nicht. Oh! Oh, scheiße! Wohl, es gibt ja da, also da würde ich mal insistieren, es gibt... Ja, würde ich mal sagen... Also ein, zwei, drei Lieder, äh... Also Deutschland und Radio, die, die so im Fernsehen kommt, die finde ich jetzt nicht so brahle. Dann hör dir mal Puppe an. Oh, Puppe ist gut. Ja, hör dir mal Puppe an. Okay, das kann sein. Wie gesagt, ich habe nicht das Album durchgehört, ich bin da wirklich... Ich hab schon, äh, ja... Nee, hör dir mal... Ja, also, Entschuldigung. Bin da weniger, weniger hinterher. Aber es war halt Zufall. Wie gesagt, das ist halt geil. Irgendwelche anderen würden sich den Kopf abreißen, damit sie zu fucking Rammstein kommen. Oder wie gesagt, das ist so fucking Zufall. Alter Schwede. Ja, da hast du da... Das ist doch super, oder? Ist doch gut, wenn man noch nette ehemalige Kollegen hat. Ja. Die noch anderen denken an sowas. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, Kollegin hast du ja gesagt, das habe ich mir gemerkt. Ja, ist doch von Vorteil, würde ich sagen. Kann es sein, dass die uns platt machen hier, oder? Wie? Ich bin mir sicher. Ich meine, die machen uns komplett kaputt. Also, ähm, ja... Da lass ich dann... Ja, wirklich meinen, ähm... Oh, ich habe noch einen Herz, Alter, und ich habe den noch gekillt. Die haben mich umgebracht! Scheiße! Und die Sonne... Sie riecht nach Rotem. Es ist ähnlich wie bei Metallica, nach dem Black Album kam nicht mehr viel Gutes, ne? Ja, das... Ja, es kam schon, okay. Wobei, ja, da würde ich mal kurz die Frage stellen, tut man da automatisch als Fan sagen, okay, sie haben ihren Zenit erreicht, also hier auf Halbfiction, lass mal hängen. Du weißt, wie ich meine, aber weißt, wie ich meine? Ähm, traut man sich da wahrscheinlich nicht mehr dran, glaube ich. Ich glaube, das Problem ist, es ist schwer halt, das zu kaufen halt, im Endeffekt. Ja, aber das muss ja nicht heißen, dass man, ähm, zum Beispiel diese Tarantino-Film schaut man ja trotzdem noch weiter nachher. Ihr wisst schon, ihr wisst schon, ihr wisst schon. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Also, was ich mal sagen kann ist, es ist halt, man lernt die Band mit einem gewissen Stil kennen und Metallica ist auch eine Band, die hat tatsächlich, finde ich, zum Beispiel mit dem Sand Anger doch schon einen krassen Stilwechsel eingelegt zu ihren alten Sachen. Wobei ich da sagen muss, tut mir leid, wenn ich da sagen muss, ähm, fand ich den Stilwechsel so zwischen euch gar nicht mal so, äh, unkönig. Nein, er ist halt eng, er hat gute Lieder, ja, aber so, es war halt eben, wie gesagt, es war nicht so das Metallica, was man so gekannt hat. Ja, ja, genau. Muss man sich, ähm, also, äh, Entschuldigung, das ist das Frage, muss man sich da von seinen alten Gewohnheiten ein bisschen entfernen, um das gut zu finden, oder, ähm, ist es dann einfach doch schlecht? Also, ich denke tatsächlich, persönliche Meinung, man muss gar nichts. Es ist Geschmack. Ja, stimmt. Wenn eine Tatsächlichkeit eben die, äh, 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 schmeckt von Metallica, wenn ich das mal so sagen darf, dann ist das halt so. Und wenn dann die neuen Lieder, weil sie halt einen anderen Stil haben, nicht mehr so gefallen, dann, äh, äh, es soll ja jetzt mal nicht bewertend sein für die Band, dass man sagt, die Band ist deshalb scheiße. Es ist halt einfach nur so, der neue Stil oder der Wechsel in der Musikrichtung ist nicht mehr so ganz meins, oder ist nicht mehr meins. Mach ich nicht mehr mit, okay, ja, verstehe ich dann auch, aber würde ich auch auch sagen. Zum Beispiel Korn. Korn ganz am Anfang war, also ganz am Anfang war Korn. Oh, Korn, hör auf, wie geil war das. Ach nein, ganz am Anfang waren sie ja wirklich Hip-Hop, die haben ja nicht mal Metal-Elemente gehabt. Was, Korn? Echt? Warte mal, stopp, Korn. Da hießen sie, glaube ich, Police oder irgendwas mit Police oder sowas. Warte mal, wir reden von Korn, also Freak on a Leash, also eins der besten Alben, die, ach so. Nein, 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 wir reden von Korn, wie sie vor Freak on a Leash waren. Ah, okay, das, das weiß ich, das kenne ich jetzt gar nicht. Ach so, das muss ich nicht sagen. Wir haben tatsächlich, also es ist hier, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, als Korn waren sie schon immer Metal-orientiert oder hatten Metal-Anteil. Aber die identischen Leute, komplett die identischen, hatten eine andere Band davon. Also einen anderen Namen halt einfach, das ist die gleiche Band. Ah, stimmt, LAPD hießen und das war eher so Punk und hauptsächlich Hip-Hop und das war, das war mies. Und tatsächlich erst Korn, bitte? Ja, nee, ich habe nur H gesagt. Genau, und dann kam ja Korn mit dem Album Korn, dann Life is PG, das war auch nicht so toll. Ganz ehrlich, für mich war das Korn, wie ich es kennen und lieben gelernt habe, ab 1998 mit Follow the Leader. Follow the Leader war natürlich auch sensationell. Follow the Leader, fucking geil. Okay, dann Issues habe ich nicht so groß gehört, aber Untouchables war... War auch gut, war auch sehr gut. Wobei ich echt noch sagen muss, also mein, unser Initationsritual, würde ich sagen, war echt Freak on a Leash. Freak on a Leash, Entschuldigung. Ja, aber das war ja ein Lied, das war ja glaube ich auch Follow on a Leader, das war glaube ich genau das Album. Das kann sein. Waren wir genau das gleiche? Achso, das war die... Aber die haben jetzt... Das war unsere erste, das muss man ja gesagt haben, oder deine, du hast die gekauft, unsere erste CD, Musik-CD. Geil. Wie geil ist das? Nein, das war Korn. Und da haben wir das überall eingelegt. Doch, das war Korn, also für mich zumindest. Ja, die haben ja aktuell ein neues Video. Ja, ja, ja. Oh ja, das habe ich auf Facebook schon... Oh, das wirklich... Sorry nach dem... Was war denn das letzte Album? Die Parenting im Shift oder was da noch kam oder sowas? Ich weiss es nicht mehr. Ja, da kommst du schon wieder zum Vorschein. Ich weiss es nicht. War mir alles ein bisschen zu Elektro-lastig, dass zumindest dieses eine Lied, dieses eine Lied, was jetzt gerade ausgekoppelt ist, das ist awesome. Da war es. Das ist richtig Korn wie Korn sein, wie Korn fucking sein muss. Auch mit den Instrumenten und so weiter. Wie, wann es sich eigentlich so vorstellt. Kann das sein? Oder muss es sein? Ja, das ist wirklich Korn. Korn einfach... Das ist einfach nur... Einfach nur Korn. Ja. Oh mein Gott. Warte mal, ich muss gerade überlegen. Also das neue Lied müsst ihr anhören. Das ist mit dem Video. Ich muss zugeben, ja. Korn war ohne Scheiß eine meiner Lieblingsbands, aber ich habe es dann auch nicht so ähnlich wie Metallica oder Rammstein auch nicht so weiter verfolgt. Aber ich muss sagen, Deutschland und Radio waren geile Lieder. Puppe ist auch ein geiles Lied. Aber ja, ich glaube, man tut sich so ein bisschen abkoppeln, um nicht dieses geile, gute, alte Feeling, dieses Oldschool-Feeling zu verlieren bei den Bands. Ich weiß es nicht, warum. Also, wie gesagt, bei Rammstein tue ich mich generell immer schwer, weil ich viele der Rammstein-Lieder nicht so richtig mag. Rammstein hat bei mir so meistens die Motto, also ähnlich wie bei Marilyn Manson, ich liebe es oder ich hasse es. So diesen Mittelpunkt, so ein Rammstein-Lied, wo ich sage, oh, das kann man einfach anhören, gibt es bei mir eigentlich echt nicht. Ah, keine Kompromisse, okay. Es gibt so diese Perlen und da, wie gesagt, Mein Herz brennt. Das haben sie ja noch mal als Single mit Orchester und so weiter noch mal letztes Jahr. Ne, es war zwei, drei Jahren. Ich habe es mir auch gekauft. Vor drei Jahren noch mal auch als Single mit irgendwie zehn Versionen mit Orchester, ohne Orchester und so weiter gemacht. Mein Herz brennt. Das ist der Rammstein-Song in meinen Augen schlechthin. Mein Herz. Und das ist ja ein Klassiker, stimmt. Die Ironie, oder die ist ja keine Ironie, durch einen Hazard. Was? Das ist doch nicht. Hier kommt die Sonne, Counter-Strike. Ja, oder mein Herz. Mein Herz brennt, das war der Trailer. Alter, ich habe deine DVD, habe ich noch von dem her, also ist ja nicht so... Aber es war nicht Circus Infernus, oder? Nein, Circus Infernus war es nicht. Es war auch nicht der Gameplex-Trailer, aber... Ne, ne, das war es dann. Das war ein Fragments of Fortune. War das der Erste? Ne, das kann nicht sein, weil der Erste war Sonne. Ne, der Erste war... Der Erste war Sonne, ja. Ne, ich glaube es war Circus Infernus. Das kann sogar hinkommen. Es kann sein, dass es Circus Infernus war. Mein Gott! Ach du Scheiße! Mein Herz brennt! Ja, okay, das waren wirklich Zeiten. Leck mich am Arsch! Das hat sogar für damals gute Aufrufe gehabt, gell, auf YouTube. Ja, das was wir heute nicht mehr beherrschen. Aber war das auf YouTube? Ich kenne es nur von CS-Videos. Es war mal auf YouTube, ich glaube da hat es... Ich weiß gar nicht... Was durften auf YouTube hochsteigern? Doch, das war... Ja, da gab es das ja noch nicht. Was? Da gab es noch diese Musikverwendungsrechte... Ah, ja, ja, okay. Da war das schon drauf. Ich weiß gar nicht, aber wie viel Aufrufe das gerade... Aber ich glaube irgendwas 40, 50... Millionen... Äh... Tausend! Ne, Millionen nicht! Ne, Tausend! Aber das war ja viel früher vielleicht. Oh mein Gott, ja. Heute ist ja nichts. Heute ist ja nichts. Ja, heutzutage ist man ja auch ersetzbar oder es gibt zu viel Auswahl. Ich meine, das... Heute könntest du das gleiche Thema nie mehr so gut nehmen. Weil die Leute so gesättigt sind von allem. Ja. Ich glaube es gibt ja auch keinen... Jetzt mal ohne Scheiß. Nennt mir einen Film in den letzten 10 Jahren. Nur als Beispiel. Das ist ein ganz neutrales Beispiel. Der euch so gefesselt hat, wo ihr sagen könnt... So. Das ist ein Film gewesen wie... Beispiel... Matrix. Ja. Beispiel. Schlechtes Beispiel vielleicht, aber keine Ahnung. Aber es ist... Ich weiß nicht, man ist so ersetzbar, dass es auch keinen Bock mehr macht. Irgendwie. Ja. Oh, das ist traurig heute. Naja. Jetzt seht ihr mich als Altmenschen. Sehr schön. Kurze Frage. Ähm, äh... Eine Runde und dann sind wir raus. Oder ne? Achso. Ja. Eine Frage. Sollen wir das Spiel auf Rocket Leach wechseln? Achso. Oh, jetzt habe ich schon... Wie geil wäre das geschreit? Das habe ich aber nicht installiert. Ich denke für ein Spiel... Äh... Ach komm, eine Runde... Oh. Oh. Okay. So ein Hustenblut, aber ich muss noch kurz pissen. Dann lauf. Laufen Sie. Und? Und außerdem, ich will Dredd spielen. Was? Dredd? Ja, Dredd. 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 Oh, ich hab ihn. Hey, dicke Mama. Schnell, Hesad, komm. Schwing deine alte Hüfte hierher. Es war haarscharf. Ei, ei, ei. Hat er es noch geschafft. Ich habe es eingeloggt, schnell noch, aber Hesad ist immer noch auf dem Klo. Aber es ladet, ja, ja. Das kann man ihm nur Monate dauern. Die Nierensteine rausschießen. Oh, shit. More damage? Ja, durchnehme ich das. Feuer-Damage ist gut. Oh, da ist irgendwas ein Sprung-Pad. Oh, nit. Oh, nee. Komm, Hesad, rennen. Was passiert, wenn man da drauf geht? Oh, scheiße. Seid ihr schon im Spiel? Ja, ja. Alles gibt's doch nicht. Wir haben schon den ersten Kill, Junge. Ja, Fürstenblut schon. Ich bin alt, fetter und hässlich. Sehr schön. Oh, nee, nicht die Map. Oh, nee. Achtung, ja. Die ist ein Arsch, die Map. Die scheiße. Was ist die? Ein Arsch. Enemy Double Kill. Enemy Double Kill halt. Nee. Ich bin der Enemy. La, 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 la. Aber wer schießt jetzt? Ja, hier. Überall. Überall. Das ist überall. Sehr schön, sehr schön. Hier kommt die Monne. Angle Shape, ich bin hier. Oh, beachtet. Ah! Oh, ihr riecht doch. Ja, was sehe ich? Ja, sieh, sieh, sieh. Ich schieß auch drauf. Oh, nee. Von hinten. Puttl. Oh, ja, ist gut. Von hinten. Wie komme ich jetzt da rein? Muss ich überhaupt da rein? Und was machen wir? Ah, nee, es ist ja nur Team Deathmatch. Okay, alles gut. Ich muss nicht reinigen. Echt jetzt? Ah, die Map. Die hasse ich ja von hinten. Ah! Ich bin da, ich komme. Oder ich komme zu euch. Ja, da kommt eine Mief, glaube ich. Das war die Mief. Nee, das war die Sky. Von... Ich habe das Gefühl, die kommt links. Nee, vorne gerade. Vorne rechts. Ja, ja, vorne rechts. Da kommen die ganzen... Oh. Die Ganaten-Mobie, ja. Oh! Die Anal-Profi. Aber auch von hinten, glaube ich. Ja, was? Von hinten auch? Oh, oh. Dann sind es ja wirklich die Anal-Profis. Wart mal. Scheiße! Hände uns, bei uns, direkt bei uns. Ja, 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 da kommen sie. Einer ist weg, aber... Oh mein Gott, ist das dumm hier. Hier kommt die Mannen. Also ich... Oh, shit, auf so einen Turm schießt einer. Von hinten will die Mutter ihr Arschloch wissen. Leckt mich doch einer am Arsch, ey. Der Hut ist auch weg, nicht? Ja. Habe ich noch einen Doppelstil geholt? Nein! Oder doch? Oh, nee! Der Pompo-Weg war das. Deathmatch ist eine Kaka-Modus. Ja. Wollen wir abbrechen und wechseln, oder? Oh, ich habe irgendwas eingenommen. Ich würde auch gerne anderen. Ja, komm. Sollen wir nochmal... Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, oah. Weil das kotzt mich auch... Die Map kotzt mich ja an. Die will ich gar nicht spielen. Ja, komm. Da gehen wir raus. Komm. Das ist wie ein Drachenschwanz. Äh, warte mal. Warte mal. Quid mit... Kann ich... Exzit gehen? Kann ich auch... Wir können auch keinen... Oh, nee. Nee, Hazard... Irgendwann hast du noch nicht gezeigt. Nein! Wir machen noch eine Runde... Ah! Jetzt bin ich ganz rausgegangen. Dumme. Oh, scheiße. Bin gleich wieder drin. Bin gleich wieder drin. Einen Moment. Oh, ich bin auch raus. Was ist denn jetzt los? So, ich bin... Das gibt's doch nicht. Nee. Ach so, doch. Scheiße. Das ist schon geschadet. Das ist schon im Wange. So, eine Runde noch. Eine schöne Runde Capture. Hier, Dingsbums. Ich hab den Namen des Spiels ver... Ah ja, doch. Ja, liebe Zuschauer. Wenn, dann richtig, würde ich mal sagen. Eine schnelle Runde noch. Es ist ja schon spät. Oh Gott. Ach ja. Morgen letzter Arbeitstag. Ach so. Ah ja. Urlaub. Nicht gekündigt. Ja, das hört sich besser... Weiß man nie so heutzutage. Heutzutage ist man schnell versetzbar, wollte ich schon sagen. Ersetzbar. Aber darf nicht passieren. Geht ja mal gar nicht. Darum guckst du so. Hast du überhaupt noch einen Monitor, wo du blickst? Etwin. Oh nein, wir müssen jetzt weiter da spielen. Ah, scheiße. Ich bin auch wieder da. Hä? Mal läch mal ein fettes Eier. Beat it. Beat it. Musst du jetzt für ein Bier deinen Schwanzblasen-Hut? Oh, scheiße. Die sind online, nee. Aber wir sind... Wir nehmen es auf. Sind wir jetzt alle noch drin, ne? Nee. Ja, ich glaube schon. In deinem Arsch, ja, Hut. Ach doch. Nee. Ich bin jetzt einzeln, tatsächlich. Okay, dann gehen wir jetzt in... Oh nee! Lade ich euch nochmal frisch ein, natürlich. Ja. Ja, nee. Und Shape einmal. Oh, Mama. Küstenwache Kinesa sieht aber auch mal scharf aus. Hässelt noch. Was bin ich eingelaut? Einen Moment. Hier kommt die Monne. Jessica Nackt hat uns geschrieben. Ach, das ist... Was hat sie geschrieben? Ja, nee. Ob wir noch streamen, aber im Moment leider nicht. Wenn du das siehst, Jessica Nackt. Ja, ist... Also das ist ein Typ eigentlich, aber er heißt dann Jessica Nackt. Ja, und das ist ein geiler Name, weil... Ja, Jessica... Uh, Nackt. Und, äh, ja, nee, im Moment, ähm... Schwieriger. Wir, ähm... Ja, nicht... Sprichtig aus, sprichig aus. Äh, haben wir grad nicht streamen, leider. Richtig, richtig. Einfach, äh, es ist halt so... Weil wir... Du bist halt einfach ein... Einen riesen Haufen, ne? Ja, natürlich. Und wir, ähm, zelebrieren das auch. Ja, so ein Haufen muss auch mit ein Stück... Es ist schön mit Sahnehäubchen und... Gespickt werden. Und Kirsche obendrauf. Genau. Diese komische süße Kirsche da. Boah. Ekel Kirsche. Na, ich glaub, der Androxyduxypuxi, äh, liegt mir besser. Ein bisschen besser wie der andere Mogen. Ah ja. Ah ja, Androxos. Androxos. Apropos, ähm, ja, so ein Bier, aber... Ja. Ja, warte, hol dich schnell. Ja, nur wenn du kannst. Also, es ist ja nicht so, als würde ich, ähm, vertrocknen. Doch, tu ich. Ähm, das wär geil. Das wär geil. Aber mach den Kühlschrank nicht kaputt. Der Scheiß muss doch abgezahlt werden. Ne, obwohl, den haben wir sofort bezahlt. Also, liebe Zuschauer da draußen, man... Ab den neun, oder? Ist das so ein kleiner, süßer, putziger Retro-Dingsbums? Ja, stimmt. Ja, aber nicht der alte Gammliche, den ich kenne? Oder ist das schon neuer? Ne, ist es wirklich ein neuer. Ja, und es ist, ähm, ich hab aber gleich einen, ähm, Magnetsticker drauf, wie beim alten Gammlichen. Und ich hab einen Schwanz dran gerieben. Ja, klar, das mach ich bei allen neuen Sachen als allererstes. Schön, Mann. Manchmal kommt's ein bisschen blöd, wenn ich mir einen Cheeseburger im McDonald's kaufe und mal kurz drüber rutsche. Das ist in der Öffentlichkeit. Oh, mein Gott. Hey, ich versteh'n's, ich versteh'n's, ich versteh'n's, ich versteh'n's, das ist alles, ja. Und das macht die meisten, also, liebe Zuschauer, ich bitte euch, wir sind Hochbross, macht die meisten auch hornig. Ja, wirst du auch, wenn man im Mediamarkt steht und sagt, so, oh, das ist aber ein cooler neuer Fernseher, mal kurz, mh. Ah, ja, der ist es. Ja, bei allem ist es so schön, es ist ja auch eine gewisse Fischspur vorhanden. Da wird da der Fernseher, der Riesenfernseher von den Schmeißmücken heimgetragen. Du altes Dreckschwein. Es hat echt... Der Torrente. Der Torrente, ja. Oh, Torrente könntest du aber, könntest du aber ausspielen. Ja, der Schauspieler. Oh, der Schauspieler, das wär ja... Okay, das wär... Hat er nach Play 2 noch irgendwo was gekriegt? Macht er noch irgendwas? Ja, oh, oh, oh. Matt Sarkoos, einer der geilsten dramatischen Filme. Da war das dieser Film, den ich bei dir angeguckt hab. Ja, ja, ich hab ihn jetzt auch mal angeguckt. Da hat er auch mitgespielt. Oder, ja, der macht... Sehr gerne Schütt, ja. Ja, es war wirklich, also, ja, es ist auch einer meiner Lieblingsschirme. Es war weniger... Es war keine leichte Kost, aber... Mal was anderes vor allem. Mal was sehr Interessantes, was man gerne vielleicht auch nochmal guckt, also in meinem Fall. Ja, das ist ein Film, den kann man nochmal, definitiv, ja. Ja, also, der ist auch abgefuckt, würde ich mal sagen. Und technisch natürlich, sehr wichtig. Oh mein Gott, ich bin tot. Auch war der sehr perfekt, muss ich sagen. Also, optisch, nein, nicht technisch. Optisch. Ja, der Kranke, das war ja der Typ aus... Das wollte ich im Ungl-Shape noch sagen. Perdita Durango, glaube ich, hat er gemacht. Ah, echt? Jetzt weißt es. Ah. Oh, das weiß ich von Ungl-Shape. Ja, warte mal. So. Achso, jetzt hab ich irgendwas verweckt. Jetzt hab ich den Mund mal zu voll genommen, wahrscheinlich. Man, die hat ja auch nichts mehr. Fuck! Ist da los? Ja, weil die hier voll angreifen, nehm ich da, ey. Oh, ja, dann, ähm, ja. Oh mein Gott! Haben wir es auch noch gelostet, ey. Ist das ein neues Wort, gelostet? Das ist wie die Serie auf Hawaii, oder wo die gespielt hat, genau. Hawaii 5-0. Sehr schön, sehr schön. Oh, mit Evangeline Lilly. Ja, mein ich ja. Achso, ja, mein ich ja. Mein ich ja. Die hätt ich aber auch mal gern, so, ähm, ja, so. Kennen wir das. Kennen wir das. Von hinten halt. Oh, ey, die machen uns fertig, eh. Aber nee, die, die, die dürfen das nicht. Die dürfen das doch gar nicht. Oh mein Gott! Jetzt hab ich's falsch platziert, der scheiß Ult. Die Mutter aller, ähm, Bomben. Wichse. Ficken. Das gibt's nicht. Die Runde ist, das, das ist definitiv die letzte Runde. Also, ja, ich wollt grad sagen, also, ich kann auch gern mal ein Schwanz vor geöffneter Kamera schälen. Das gleiche. Ey, das gibt's nicht. Das ist doch scheißend. Hier kommt die Sonne. Das, ja, ja, fahr das ab, das ab. Das, ja, ja, fahr das ab. Der Vater. Nee, der, nein, weisch, der Vater. Weisch, wenn er noch hoch... Ganz kleines Stern. Ganz, ganz, ganz kleines Licht. Ganz kleines Licht. Weisch, wenn er... Sein, sein Ding, weisch. So ne Wurst. Bis zum Mond. Seine Wurst ist, 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 ist Riese... Bis zum Mond. Riese Wurst. Es war, oh mein Gott. Es waren, äh, es sind jetzt ne... Es war, das war der falsche Ausdruck. Es sind jetzt noch Klassiker und... Ja, müsst ihr anschauen da draußen. Weil sonst, ähm, werden wir ein Robben-Baby erwürgen. Zu sagen. Ja, ist so. Nein, ja. Doch. Nein, ja. Ja, nein, ja und doch. Oh, die... Rechts, äh, oh Gott, alle kommen irgendwie. Wir werden das digital machen. Ja, rechts ist alles, glaube ich. Hier, äh, ja, da geht's mal böse ab da hinten. Oh, oh, da... Hier kommt die Monne. Sie riecht nach A schon. Hm, ihr wisst schon. Muschi-Wasser auf. Fick die Hände. Die machen uns jetzt schon... Wisst ihr was? Wir hätten einfach vorhin schon aufhören sollen. Das ging's nicht. Ja, hätten wir... Das, 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 die letzten Runden sind definitiv das, das falsche Ende. Ja, aber so können wir nicht aufhören! Das falsche doch. Äh, ja. Schanzbruch! Das ist so positiv wie der neue Terminator-Trailer, um wieder zurückzuführen. Ja, wir haben den Bogen geschlagen. Wir haben den Bogen geschlagen. Zu dem ganzen, äh, äh... Der Unterschied, wenn ich das mal so ganz frechen Mund nehmen darf. Oh, Mund? Das, ja, ähm, ja, das kennst du dich besser aus, Hurt, ich weiß. Ähm, das James Cameron mit seinen, auch mit seinen schlechten Filmen Erfolg hatte. Ja, und hier? Ja, und wir haben mit unseren schlechten Filmen keinen Erfolg. Ja, was ist hier falsch? Ja, was im Sucht das Puzzle im Arsch der Frau? Oh, oh. Oh. Oh, shit. Äh... Jetzt hab ich echt keinen Bock mehr, glaub ich. Kann das sein. Doch, 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 doch. Jetzt, warte mal. Ja, doch, 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 das kriegen wir. Jetzt krieg ich grad gut weg. Ja, ja, siehst du, Ongchipsch killt mal ordentlich weg. Okay. Ach, denn von oben kommt so ein Motherfucker. Hier kommt die Sonnen. Sie riecht aufs Arsch und... She's Hunger! Ah! Sie riecht auch Hunger im Arsch. Seine Ulti ist gearsch. Die hab ich mit meiner Ulti ihm in den Anus verschoben. Rechts, rechts, die kommen durch den Gang. Zwei Stück. Ich hab einen Flammenschwanz. Was? Nein. Ach so, doch. Rechts? Ah ja, durch diesen... Ja, aber ich schieß da drauf, aber weißt du, ich krieg keine Sau kaputt hier. Alter! Das gibt's nicht! Ich kann das nicht mehr sehen! Ey, das gibt's nicht. Weißt du was? Also, nee. Diese scheiß, ähm, ähm, Assassine da mit diesen scheiß, äh, zwei Messern. Ey, die... Du meinst Yves. Sie riecht auf die Brücke. Oh, wenigstens den einen Mowgli ist weg. Ah, ich weiß was, ich kämp' jetzt hier. Die Messerschlampe, genau das war sie. Messerschlampe! Ja, rechts, ich seh sie auch. Ja, ich seh rechts, aber unten sind auch und... Ich versuch's, ich seh das, ja. Ja! Der... Der ist irgendwie einer... Hier wird Geschichte geworden, äh, zu Fisch. Ja... Ja... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Ich drück mich da! Vom schon, drücken Sie doch zurück! W cot um, o, o... Oben, 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 oben und rechts. Das Mief! Om, oben, oben, oben und rechts. Da ist die Mief! M... M... Ja, die ist so... Ah, scheiße! Doch, wir haben's. Was? Echt? Geh, pass auf. Geh, muss zurück, geh, muss zurück! Weiß die Mutter, wo ihr... ihr wisst schon. Ah, das ist... das ist... also das ist hier mit dem Punkt... Also das ist... Doch, wir haben's gleich! Doch, wir haben's! Wir haben's! Wir haben's! Läuft! 37 Sekunden, ne? No... No... Donor! Donor! Oh, doch! Hier riecht die Maschine... Oh nein, die Meef kommt! Wieder Meef! Die alte Scheiße Meef! Komm schon, scheiße! Nein! Ja, läuft! Mein ULZ ist da rausgefahren! Und das Arschloch hat's... Es gibt's jetzt! Komm schon, schon! Wir haben's drinnen! Die Scheiße! Oh, was haben sie drinnen? Ah, ne? Ja, der Hutz steht drauf! So! Scheiße! 5, 4! Ja! Komm schon, Arms! Nein, 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 nein! Ah, Jason Setham hat mein Arms! Nein, 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 nein! Hat mich gekillt! Haben wir's, haben wir's oder nicht? Nein! Ich weiß gar nichts mehr! Das geht's nicht! Das geht's nicht! Das geht's nicht! Das ist doch Arschloch! Nein, das kann nicht sein! Sie weg, die Schiss! Sie mal davon kommen! Ich kann's nicht! Ja! Das ist nicht! Das kann's nicht! Das war heftig! Das war... Bier saufen! Jetzt muss ich erst mal füllen! Die müssen wir jetzt noch zurückdrücken, oder? Jungs, Mädels, also das war die Runde! Das machen wir! Also einmal wieder, das kriegen wir hin! Ja! Ja! Das ist ein altes Mob-Battle! Oh! 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 Also guck's! Ich weiß, wenn wir's machen will, krieg ich's jetzt grad gar nicht mehr hin! Aber... Ne, das geht echt nicht! Ja, also, aber probieren wir's ja trotzdem mal! Manche, das wird doch zu schwer, oder? Nein! Jetzt kommt! Ja, jetzt gucken wir mal! Kriegen wir hin! Wir kriegen das hin! Wo dreist die Sache rum? Ja, ja, genau! Ne, jeder Onkel Shape reicht die Sache rum! Ja! Da kommen sie schon! Ah! Was ist denn da los? Was ist denn da los? Kommen wir auch links durch die Häuser? Ja! Oh, es riecht auch im Nachtwasser! Die nehmen den Scheiß... Nein, 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 nein! So einfach ist sie da nicht! So einfach ist die echte Welt nicht! Ist sie nicht! Oh! 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 Warte mal, warte mal, warte mal! Riecht die... Der Engel, Engel, Engel! Oder was ist das? Der Engel kommt! Oh, der hat mich gestickt! Oh! Was soll das denn? Du hast mal noch nicht zugekratzt! Habst du's gesehen? Nein, das gibt's doch nicht! Nein! Zugeguckt! Ich lach! Ja! Ich lach auch nur noch! Ich kann nur noch lachen hier! Da findet man die alte Scheidenfreude! Scheidenfreude ist... Scheidenfreude ist... Ah! Ich bin tot! Wichse! Ne, der ist tot! Ah! Hey! Kommt vor! Kommt vor! Aufgescheid mich da vorne wie ein Rampage! Kommt die Sonnen! Nein! Aufgescheid wird gefickt! Oh ne! Arschwascher... Arschwascher... Arschwasser... Arschwascher... Der Arschwasser Plus! Das heißt, wir müssen schon irgendwie halten! wir machen aber noch was raus dass uns sagt nicht mehr lang was auf höre ich die momo was auf jungen frau ist durch habt ihr es noch habt ihr noch versuche ja okay naja ja ja das war echt noch gut der typ hier der typ halt mal wieder drecksack hat er uns gekillt bestimmt wahrscheinlich achtung vermutlich nicht nur einmal du wurdest ausgelassen ja meine namen ich mache mal das ich glaube das war heute mein gott viel besser schaden sehr schön vielen dank an den onkel shape dankeschön fürs mitspielen immer wieder gern und immer gerne mehr zahlen ich merke schon wir sind das tag team ist back again ja also so schlecht waren wir wirklich eigentlich nicht also nicht dass das so sarkastisch meint mal nee nee ehrlich und vor allem auch wie gesagt also diese eine map mit den guten oder zwei messen mit den absprachen hatten zu einfach nur anzeigen wo die gegner herkommen da hatten wir auch erfolg und erfolge richtig ja richtig dass das sollten wir in andere spiele demnächst ausbreiten können wir ja das tag team ist back again sozusagen man muss wirklich sagen ja gut ja mach hat sieht war ich war ich das ja ansonsten hätte ich gesagt das hat uns aber auch wirklich sehr viel spaß gemacht ja also wir wir mögen das so ja bitte und das nächste mal tatsächlich vielleicht der hut noch hand runterladen da gibt es auch eben diesen drei spieler modus das ist oder hand ja 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 mach ich auf jeden fall das ist auch cool finde ich ja nicht ich wollte auch gerade meinen wenn der hut das spiel und ich glaube dann kommt ein paar süße schreie auch aus ja auch steht ja da erschreckt sich ja ein bisschen das ist ja ein sehr schrei anfälliges ding auf jeden fall das ist ja auch so du hast ja siehst ja gut bebiert aus hier heute nicht okay alles klar ich naja vielen dank meine damen und herren es war wundervoll sehr schön mit euch ja und danke auch geschäft für die taktischen anweisungen absolut es war wundervoll hier gerade und da schöne runden das bauen wir in die nächsten multiplayer spiele ein darf wer der werdet werdet wir taktisch ja sinnvoll sinnvoll vor allem sehr geil alles klar macht gut danach tüß da draußen mia mia miau und Juhu Muschi-san wählen.